So fast schon, du bist zur Line. Vent, Vent kommt, Rainer. Ich bin Stark. Hab dich. Ich krieg immer Timing in dem Game. Wenn ich jetzt Heaven guck, wird bestimmt mir einer rausruhen. Oh mein Gott. Ey, Heaven, Heaven is mad. Kannst du resen, maybe? Ey, er ist draußen! Oh, stark! Warte, warte, warte! Warte, warte, warte! Stark, stark, stark! Er ist der Fall! Geht, geht, geht! Ganz locker, diese ganz lockere FB. Zack, zack. Diese Kill-geilen. Nice! Genau so! Ja, ja, ja. Ja, ja. Okay, Ashanti, Ashanti. Ich hab mein Revive, ne? Du kannst einmal reinpushen und dann wall ich und hol dich hoch. Ja, aber vielleicht die zerschießen die Wallen und dann beide. Nee, nee, ich mein hier auf B, ich mein hier auf B. Kann sie einmal Welle machen. Stand up. Warte, hört doch, die wir kem haben, wenn ich... Okay, er ist nicht. Keine Kim, wollen mit? Doch, 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 er ist da. Der macht aber noch sein Sol. Ich hab die Hälfte seiner Traps gesehen. Ich hab Angst. Oh, ich hab einen hier holen. Pardon, immer Ult Punkt, zwei Kills ans Sold. Lass sie mal spawnen, oder? Ich weiß nicht, wir können eigentlich B gehen. A meinst du? Ulti sind... B sind die fast... Also B sind die gar nicht stark. Ja, der B hat ja keine Cates mehr, nix. Alle Traps sind kaputt. Kannst du wallen? Alle Traps sind, Bro. Ja, ich kann wallen. Ja, dann lass drauf. Oder? Ja, let's go. Ich trappe von hinten, Jungs. Ich flash durch, flash durch. Scheiße ist ein bisschen. Oh. Wo ist die Traps? Von Stunt. No, was? Was haben wir? Er ist doch im Heaven. Er ist doch im Heaven. Ich muss pushen an, ich hab meinen Ult Act. Ja, haltet mich kurz, haltet mich kurz. Ich bin wieder verblenkt. Ich hab zwei Heaven! Dann kriegst du der rechte... Ich bin in den nach oben! Jaa! Löwe 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 Lling Stark 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 Joel, mach wie ich dir gesagt hab, Bruder. Geh hier, Bruder, flash einmal raus und guck, ob du einen Early-Fracture-Spot hast. Ey, warte, du gehst A mit Cypher? Ja. Okay, dann bin ich B und Smoke jedes Mal 1 sind. Wie Main. Aber Elquad erkennt 100% nicht meine Cypher-Spots. Und tun ihr noch. Ich spiel mit. Ey, wenn ihr irgendwas hört, bitte callt das. Ja, ja, warte, warte, warte. Über meine Cam kann ich sehen, ob die da sind. Du hat kennt meine Cam. Ich call euch direkt durch, ob die A sind oder nicht. Ah, 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 ah. Ah. Ein A, ja. Ein Flash. Die gehen überheben, die gehen überheben. Stark, stark. Boah, Bruder. Ja, genau. Noch zwei. Nein. Sehr strong. Oh mein Gott. Nehmt euch die Ghosts. Nehmt euch. Sag da hin. Oh mein Gott. Was? Was? Kauf mal, kauf mal. Er ist sauer. Er ist richtig sauer. Ey, wir pushen rein, wir pushen rein, okay. Oh, was hast du? Komm, ich Flash und wir pushen. Nein, 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 lass nicht. Warte. Ey, lass es nicht über, lass es nicht über. Nichts zu verhält, chill. Mit, mit. Steppst mit. Machen mit meine Ding kaputt. Spike liegt Mitte. Wir haben Spike, wir haben Spike. Ja, ich sehe sie. Ich sehe sie, ich sehe sie. Spike liegt hier. Lasst's chain. Lasst's chain. Aber es ist chill, Jun. Spike liegt hier. Ich muss nicht mehr Spike. Peaked. Oh, Bruder. Oh mein Gott. Ey. Micky, danke dir für den Raid, Bro. Lass den Bonus spielen, oder? Wir machen gerade Private Runden gegen Eldos, Abutanga, Mert, Aquaria und wer noch? Maus. Danke für den Raid. Ja, Kiwi. Ah, schon. Nee, ich call. Gib, Gib, Gib. Nein, meine Rolle. Ich sehe es nicht. Ah, ah, ah. Ich glaube, der Wanker ist nicht stunnen, wenn ich hier close bin. Ja, kann doch mal über die Mitte verteilt mich gefahren. Lass mich hierbleiben. Lass mich hierbleiben. Lass mich hierbleiben. 104 auf Breach. 104 Breach. Ja, die haben RAM-Control. ASE-Bonus-Runde. Einer ist da, einer ist da direkt. Ich hab zwei. Mehr hat minus 100. Oh, nein. Einer rechts, einer links. Ich glaube, die denken nicht zu service ernst. Mal. Spike platziert. Maybe off the wall. Das ist all. Nein. Ich glaub, die einen ist ganz schlecht. Da ist kein Giener. Sehr stark. Stau? Es ist besser. Es ist nur ein Maus. Du bist besser. Der Rauch ist raus. Ich hab's, blöd. Du brauchst keine Zeit. Du musst. Du musst. Du musst. Du musst. Du musst. Du musst. Ah, 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 ah. er war nur eine bonus und wir gehen vier waffen verloren richtig stehen 96 96 ich habe 130 das war meine einzige chance wusste nicht wo die ist ich habe dieses dem geworfen einfach gehofft dass die irgendwo einfach einfach wieder b viel zu langsam oder wenn die asien oder die ich direkt überwärts dann muss einer von euch damit zu halten soll ich piken anna b oder so nicht vielleicht ruhig raus oder holen nicht so viel bis jetzt nicht so viel ja nicht noch nicht ja mitte war kaputt gemacht also auf die pushen dadurch in die versuchte ja ich hab mich gestand ich hab's laut geschmissen ich weiß nicht ob einer schon durch ist deine cam hat main oder main und und deren spon die gehen durch die gehen die wollen durch ja ja ich geh city ich bleib weiter mit pass auf geht weg geht weg geht weg aber einer ist mit mit der flaschen mitte ja einer wo hat das selbst gemacht die sind unter druck jetzt unter druck ich habe ich glaube ich den spiel bruder Ich hab den Spike, und Spike! Und Spike? Ja, ich hab den Spike! Okay, okay, ey, ey, ruhig! Ey, Jet, kannst du helfen? Du hast helfen, oder? Minus 120, 120! Ich schon, ich kann ja auch... Ey, Rainer ist da, Rainer ist da! Ich weiß genau, wo ihr seid! Mein... 194! Seifer kommt von Vent! No time! Keine Zeit! Wir spielen auf Dings! Haut ab, haut ab, haut ab! Was war bei mir? Gänsehaut, ich hab so gefrowed, ne, King Matt? Oh! Wo? Das hat mir noch gehalten! Oh, das steigt! Boah, kann einer für mich schlägen? Ja! Boah, warte, ich bin auch arme Mann, Digga! Wala, Wila! Digga, gleich diese Subs, reich! Boah, Joel, hast du echt alleine auf B lassen, Bruno? Ne, ne, ich komm, ich komm, ich komm! Oh, 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 oh! Arme Mann! Warum spiegst du, wenn du Spike hast? Keine Ahnung! Ich hätte ihn eigentlich noch haben müssen, ich bin scheiße! Eier ist Keen! Ja, einer ist Mitte! Soll ich rotieren? Oder soll ich auf A bleiben? Oh, das ist gut! Nein, 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 Digga, du kannst, du kannst, wenn du willst kannst du rotieren! Ich hab eh bis jetzt, außer jemand kommt die Überwind! Ja, einer schießt mit Classic die Wand kaputt! Cypher Cap ist hier! Mann, ich komm, Heaven! Der hat meinen Arsch! Oh mein Gott! Ja, Mert ist Mitte! Mit Messer! Cousin is crazy, Bro! Nice! Messer vor der Wall! Kannst du blocken, wenn die, äh, die World Cup machen? What? Die, die geben wieder, die geben wieder! Die sind nicht da! Ich hab noch eine Smoke, ne? Ey, sind wir okay! B, 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 B! Ich wusste es, Bruder! Ich hätte mich nicht bewegen dürfen! Wallah! Pass auf, links kann einer sein! Ah, Abutanga ist, äh, Dings! Hier, be ehrlich, be ehrlich! Ein Gegner übrig! Oh mein Gott! 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 Shit, man! Ich werd den Respekt vor dir einen dabei bringen! Kann mir eine kaufen? Ich hätte ja die ganze, ey, ich hätte drei Leute da geholt, ne? Ich hätte einfach da warten sollen! Ja, Mann, kannst du kaufen? Schwöre, die ganze Runde ist mein Timeline! Ich kauf dir einen mit Herz, Bruder! Nee! Ich stell dir, was du hast, Bruder, du hast 14 Assists! Willst du Heavens spielen, oder willst du den? Genso, ne? 14 Assists einfach! Nein, das hab ich nicht drückt! Ich hab's noch nie gesehen! Ich hab's noch nie gesehen! Oh mein Arsch, muss aber auch anfangen zu hier, ne? Ich schwöre, sag mir, wenn ihr low seid! Nein! Ey, bist jetzt clean! Mann raus, Mann raus, Bro! Mann raus! Ey, immer noch clean! Die werden late, wie der B kommt! Ja, ich sag, die werden ein B! Aber nicht umrotieren! Ey, die haben einen Counter-Wall gemacht! Oh nein, nein, nein! Rainer, minus 148! Gänsehaut, Bruder, 148! Chill, 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 Bro! Und Sage, minus 100! Hat die Lange sich overheat? Ich weiß nicht, Bruder! Kannst du mal deine Cam lunsen? Nein! Ja, der hat direkt runtergeguckt! Cypher da! Sehr strong! Ja, sind... Ey, die sind beide auch! Ey, Spike, wir haben... Ich weiß, ich grüß noch einer! Ich weiß, ich grüß noch einer! Nein, so gut! Stark, stark! Sandwichi! Er ist unten im Vent drinne! Oh! Nice! Oh, guck! Sie sind... Sie sind... Sie haben gar nix! Nix! Ja, hätt ich da eine Phantom, Bruder! Maybe Ace! Es war so klar, dass die auf Defender keine Runde holen! Kann man jemand legen? Ja! Danke sehr! Okay, okay! Ich hab Revive! Ich hab Revive! Frag anders, Shanti! Kann ich auch... Ey, Jungs! Die werden jetzt... Die werden so jetzt paniken! Die wissen nicht, was sie spielen sollen! Kauf ihn, Rainer! Äh, Rainer! Er ist Full Mute, Bruder! Egal, ich hab steht! Ich kann doch irgendwie Ulf, aber ich weiß nicht! Mit Ulf ist schon ab und zu! Selbst mit? Einer geht Full Mute! Oh! Cypher ist weg! Ey, ey, ey! Ja! Ey! Der Bricht ist aber Mitte! Spike liegt bei mir! Ja! Ja, ja! Stark, Stark! Nein! Die gehen back! Nein! Cypher ist noch da! Cypher ist noch da! Der peek die ganze Zeit! Cypher peek noch! Sage peek mit! Sage peek mit! Sage peek mit! Oh mein Gott! Oh, hat mich gut! Ey, pass auf! Sage Minus 80! Wir haben den Spike! Wir haben den Spike bei uns! Sie! 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 Ich war ja, ich kann krachen jetzt! Ernst! Ich mach mal wieder Rad! Warte! Ja, Bruder! Nein! Sie ist so close! Oh mein Gott! Jumpscale wirklich! Mein Herz! Mann! Minus 105 lang! Mein Bad! Ich wusste nicht, dass sie so close ist! Kannst du auf B rennen, Bruder! Die haben den Spike dort! Renn B! Renn B! Renn B! Spike platziert! Guck auch close unten jetzt links! Ey, wie wird einer City pushen und Heaven kommen oder so hinter dir! Hä? Ja, wir stehen beide! Ich bin auf beiden Seiten! Da ist auch jemand! 100%! Ja! Egal! Egal! Wir machen das! TNT! TNT! Nix passiert! Einer ist wirklich krank! Einer ist wirklich krank! Teessie Entwicklung ist 105 lang! Neiner amblas! Wo werden sie dich manchmal lang gehen!? Hast jemand einen Bein! Ne Ne! Ne nächsten Echoon! Ich überlege inn honesty! Ey ich bin nicht blödes! Kochen Heco! Ja Ich bin nicht bis zu Druck! Ey Ey Joil kaufe einfach was! Hä ka fern Jaffa! Soll ich kaufen? Kann einer bieft mich hin? Ich höre immer noch nicht. Was sagst du, Ashanti? Kauf, Ashanti, ne Sheriff. Ja, kann ich, Ashanti. Ich höre dir einfach gar nichts hier. Wir sind hier, Shafa. Wir sind hier, Shafa. Geht zurück, glaube ich, oder kommt hin. Hier sind auf jeden Fall welche. Gut hier mal rüber, Joel. Ja, ich komm. Wir passen nach Mitte. Die holten in die Eco-Runde. Egal. Oh mein Gott. Du bist der beste Spieler, ehrlich. Ey. Oh, ich hab nicht so geguckt. Nein, 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 nein. Oh mein Gott, hab ich die geguckt. Ein 420-rauchender Junkie hat das geholt. Ehrlich, crazy. Warte kurz. Komm, wir ficken. Er steht, er steht einfach. Er wird gefickt werden. Yes. Yes. W, W. Ach du Scheiße, Bruder. Was war das für ein guter Ulti-Land? Ihr Mann, Eich, Ihr Mann. Eich, Ihr Mann. Ich hab mein Brot gekauft für nächste Woche. Ja. Ich hab 15 Assists, das ist crazy. Das ist aber stark gespielt. Jetzt die letzte Runde. Ey, 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 ey. Bruder, wie sehr hab ich die... Also, Bruder, diese Ulti? Bitte sag mir mal, wie ich gefickt habe. Mein Bruder Lan. Mein Bruder, der kommt direkt rein. Oh. Lass mich einmal gucken, Bruder, wie ich gefickt habe. Ey, warte mal, warte mal. Lass mich... Wo bleiben meine Subs? Wo bleiben meine Subs? Ja, lass uns gut zugehen. Ich frag mich grad auch. 23,11 hab ich rasiert. Bruder, ernst. Fünf? Fünf? Ja. Roart? Ja? Dass du mit diesem Gesicht noch ins Spiel gucken kannst, ist so geisteskrank. Ja, Bruder. Das ist so taurig. Ich würd sogar Double or Nothing machen, ich würd Hamoudi reinholen. Hast du die Eier? Habt ihr die Eier? Ja. Ich hol einen rein, der Ding ist wie Ashanti. Können wir gerne machen, Bruder. Da haltet ihr die Fresse. Ah, da seid ihr leise. Da seid ihr leise. Kannst du das machen? Ich hab auch einen Kumpel. Kann man machen? Bruder, komm. Ich hab auch noch einen Kumpel, Bruder, komm. Ja, komm. Ein Kumpel, ein Kumpel. Ein Aufruf gestartet, Bruder. Warte, Meld ist schon raus? Meld ist schon raus? Meld ist schon weg? Meld ist gegangen. Warum ist Meld schon weg? Das wär so ein lustiges Match, wär Ali dabei, wär's wenigstens auf Kopfhöhe, Bruder. Aber das war doch nicht mal normal, Bruder. Bitte. Ey, Jett war schon krank. Das war gra- Bruder, bitte. Ascendant irgendwie, keine Ahnung. Der hat sogar Trikot zu Hause. Chinesische Trikot, Bruder. Gamer Grip und alles. Gamer Grip ist crazy auf Maus. Du sagst ihr, sie spielt nicht lange, Bruder, die hat mehr trainiert als keine Ahnung was. Er hat uns vernichtet. Junge, ich bin gerade aus meinem Bett gekommen und hab meinen PC extra gemacht. Du hast uns zerfleischt. Zerfleischt hast du uns. Und ich hab die ganze Zeit gezittert, weil sie viel drauf gemacht hat. Ey, aber warte mal, warte mal. Warte mal, warte mal. Warte mal, warte mal. Du hast gezittert an meinen Kopf getroffen. Jussef, Jussef. Mein Bruder, Jussef. Mein Bruder, Jussef. Alla, Bruder. Es ist Ramadan nicht. Es ist Ramadan nicht. Ich übergebe keine Ahnung. Nee, ich muss dich geben. Mach nicht so, mein Bruder. Mein Bruder, Jussef. Das ist... Alter, ist das krank, Bruder. Matt kommt wieder? Kommt er wieder? Du, dass du im Gesicht... Ey, Matt ist raus, Bruder. Was ist mit Matt los? Matt ist sauer oder was? Double or nothing? Dann gibt man seinen Spreeplein. Aber double or nothing. Ich werd direkt dabei. Ich würd da Mutti reinholen. Das Ding hier, wir können auch Autobalance machen. Nein, 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 bitte, 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 bitte. Wir machen nicht die gleichen Teams. Vergesst das. Ey, was ist... Auf keinen Fall. Sei leises. Sei leises. Hallo, guckt euch mal Matt's Gesicht an. Ey, Matt ist zu sauer. Guckt ihn euch an. Die fünf Subs rauskauen, Bruder, er ist gegangen. Ey, warte mal. Hier gibt's paar Schulden. Bei wem? Bei wem muss ich's machen? Bruder, bei mir. Ich weiß nicht, ich bin genug. Du hast zu viel geschickt, fünf. Ne, wir haben zehn gesagt, oder? Bruder, ich sag's ehrlich. Haben wir zehn oder fünf gesagt? Bruder, ist doch... Bruder, die haben doch im Chat reingeschickt. Fünf oder zehn? Muss ich bei dir, Rod? Ja. Fünf oder zehn, habe ich gesagt. Fünf. Ich bin hier schnell, Rod. Fünf? Ich hab zehn gegeben. Du hast doch fünf noch Plus gemacht. Ey, ich... Ja, Mann. Boah, Bruder, Justus. Schick mir mal fünf zurück sofort, Bruder. Was denkst du? Bruder, du weißt, Bruder, die sind fünf, Bruder. Die kommen, Bruder, Hälfte geht an Twitch, Bruder. Was soll ich dir sagen? Schick mal fünf. Bleib dir einfach dich, Maus. Was denn? Wer mich bleibt? Wie? Er sagt, Maus, der Schwanz. Wer sagt das? Merd, ne? Hat er mich grad beleidigt? Ey, ich frage, warum gibst du zehn? Hä? Wer hat das gesagt? Ich dachte auch zehn. Aber ich hab auch zehn bekommen. Ich dachte auch fünf. Ja, Bruder, da haben wir um zehn gespielt. Beste Leben. Okay, okay. Aber wir haben doch sowieso zehn gesagt. Wir haben nicht fünf gesagt. Bruder, um fünf hätte doch Merd gar nicht gespielt. Wie viel hat Merd gegeben? Merd hat fünf gegeben. Aber der ist dumm, oder? Da kann ich... Diese Runde war vorbei, Bruder. Diese Runde war vorbei, ne? Bruder, ich hab's noch nie so schnell reingeschallert bei einer Wette. Bruder, ich werde nicht mit Schulden gehen aus dieser Welt, Bruder. Deswegen direkt abgeben, Bruder. Wieso war Merd? Bruder, ich schau den Merd seinen Stream an, Bruder. Bruder, also ich schwöre, mitten im Spiel war er Null mit... Ich war am madesten, Bruder. Bitte. Das war so klar. Das war so dumm, dass ich das Eingang bin. Einfach eine Trap gewesen. Ich hab' immer noch nie so sauer gesehen, ne? Ihr habt fünf erste Runde gesagt? Bruder, soll er... Oder? Hat er noch bei ihrem Geschenk bekommen, Bruder? Ach, mein Bruder, Yusuf, du weißt. Hacke also, mein Bruder. Dafür gehst du zum Gebet am Bayern, Bruder. Hast du Dings, äh, hier ist Sydney's Geschenk ja noch keinem bekommen? Hm? Boah, doch, doch, ich hab fünf bekommen, aber fünf reich, das ist nicht schlimm, Bruder. Wie fünf reich, Bruder? Fünf reich, das war auch ausgemacht, Bruder. Ich hab' einen Fehler gemacht. Fünf reich, Bruder, ich nehm' fünf, Bruder. Der arme Mann redet seit fünf Minuten nicht. Geht's dem gut? Er redet nicht? Meinst du Merd? Merd, der redet seit fünf Minuten nicht. Ich glaub, dem geht's nicht gut. Lass ihn in Ruhe. Ey, einfach Eldos. Bro, Eldos bist du noch da? No, he's gone. Eldos ist auch gegangen, Bruder. Er lacht mitten in Runde, Bruder. Er fängt an zu lachen. Warum? Weil Merd ausrastet, Bruder, ja. Und da hat er mich zu lange augebracht, Bruder. Ein dreckiger, Bruder. Hat einer Clip? Hat einer Clip gemacht? Ich sag' einmal, Eldos, wieso lachst du? Er fängt wieder an zu lachen, Bruder. Hat er mich zu lange gebracht. Weil Merd ausrastet ist. Er ist auch aufgegangen. Warte mal, Eldos ist auch aufgegangen ohne Schulden zu bezahlen. Er lacht. Maus wird beleidigt. Ja, stimmt, stimmt. Maus wird beleidigt. Eldos hat angefangen zu lachen. Eigentlich klappt er. Das war wirklich... Ich schwöre... Ach egal, Bruder, ich rede nicht mehr drüber. Es ist ja nicht schon weg. Was bringt's noch zu diskutieren? Ist weg. Einfach E-Mail bekommen. Einfach mein ganzes Team ist verschwunden. Ey, ich war so mad in der Runde, äh, Aquaria, wo ihr diese Counter-Roll gemacht habt und ich 148 gegetet habe, ne? Ja, wie weiß ich. Nein, du hast mir gegeben. Du hast mich geholt. Ja, ja, aber bei ihr... Ja, aber er hat mir auch damage gemacht. Ja, ja, er hat mir auch damage gemacht. Ich so, boah, knapp. Ey, du spielst gar nicht mehr Ding. Ist die noch da, Ashanti? Ja. Du spielst gar kein Velo mehr? Ich? Ja. Doch. Warst du E-Sport? Nein. E-Sport ist crazy, Dig. Junge, was ist das Ding? Obwohl, als Frau kann man voll früh schon in dein Team. Du kommst schon ab Ascendant oder so. So geisteskranke Shots, Alter, das ist... Bruder, bitte. Stimmt, ne, als Frau, du kommst... Das ist dieser nervige Ding. Ashanti, du kannst ernst Fokus joinen. Nein, ich bin viel zu... Ich weiß nicht. Weil die sind alle, die sind alle nur Dings, die sind alle nur Ascendant, hab ich letztes gesehen. Ich weiß, die sind so Ascendant, Immo 1, Immo 2. Warten sie jetzt? Warten sie jetzt? Ja, genau. Ey, Roat! Ja? War das dein Tagesplan? Nee, ich wollte eigentlich VR-Horror machen. Ja? Bruder, ich sag dir ehrlich, nachdem Velo so reingekickt hat... Ja? Ich hab auch Velo gehabt einfach. Jaja, aber jetzt? Du hast noch... Wie viel Stunden hast du noch? Boah, du hast noch elf. Du bist aber oben pieken, wirst direkt in den Arsch gefickt. Was hast du da gehalten? Aber ehrlich, krass, dass du den... Du fasst es noch und so, das geht schon auf deinen Kopf, Alter. Bruder, ich hab vorhin einfach aus Versehen getrunken, weil mein Kopf... Da liegt Maus um vorne ein bisschen... Weil mein Kopf ist, wenn ich streame, kann ich immer trinken und essen, weil ich sowieso immer streame, wenn Iftar ist. Weißt du? Ja, ja, aber du kannst... Bruder, du bist jetzt elf Stunden ohne Trinken und ohne Essen. Das ist schon heftig, so bis 17 Uhr. Ich frag mich eine Sache. Ich hab 24, ich glaub, einmal mein Leben geschafft. Und einmal einen 24 in 12 Stunden gemacht. Ah, du hast nicht getrunken, Flasche war leer, hab wie du die geschaut. Einfach leere Flasche getrunken, Gänse auf. Wie willst du das machen mit Iftar? Ist doch so um 20 Uhr, oder? Ist doch um 17 Uhr fertig. Ja, ja, aber... Will der da nicht direkt pennen nach 24 Uhr? Wir sind auf A. Safe, oder drei Stunden schlafen. Steht irgendwie sieben Uhr morgens auf, kann wieder nichts essen und trinken. Aber ich hab mein Leben da unten gegeben. Ist das krank, Lanter? Ich gebe gar keinem die Schuld, Digga. Morgen Lanter ist auf TikTok, ich bin der Bastard. Ich gebe gar keinem die Schuld. Aquaria? Ja? Bist du nicht mehr am RP? Nee, nee, ich hab gequittet. Ehrlich? Ganz? Ja, ja. Was ist Main-Content jetzt? Velo? Ja, Velo Storygames. Krass, okay. Keinen Bock mehr gehabt, ja? Kopfschmerzen? Ja, ich hab zwei Jahre jetzt AP gemacht. Ich hab eineinhalb Jahre Kali-AP gemacht. Ja, ich weiß, ich weiß. Ja, das halt, ja. Einmal einfach rumstehen, Bruder, hinter einem... Das stimmt nicht. Bruder, die Leute haben auch sehr viel Druck, Bruder, die direkt zur Aufstellung. Die sollen einmal big kommen, Bruder. Wenn die einmal raus ist, kommt die wird die nicht mehr reinkommen. Bruder, ich hab einmal in der ersten Runde mein Headset so gegen meinen Tisch gehauen, ja. Ja, ich weiß, wo du 06 hattest. Ich hatte einfach 18 Assists, ne? Ich hatte es noch nie in meinem Leben. 18 Assists. Bruder, wie hab ich euch in der letzten Runde gefickt, als du geultet hast und ich dann? Ja, ja, war echt stark. War echt stark. War echt stark. Da hätt ich nicht erwartet. Ich hab nicht mal gewusst, dass du ult hast. Ah, ich hab die Down-Note noch passiert. Genau, warte kurz. Gänsehaut. Alter, ihr wurdet echt gesmasht. Wie lange bist du noch Wachbruch? Ich weiß es nicht. Willst du noch Velo spielen, Horat? Ja, komm, eine Runde noch. Du kannst gar nicht. Ja, oder? 5WQ, halt. 5WQ. Säge du Schlafrhythmus, was sagt der? Schlafrhythmus. Wo soll ich anfangen? So krass, bei dir ist es echt unglaublich. Ich muss VR-Horror machen, wenn ich müde bin, damit ich wieder wach werde. Jetzt bin ich nicht müde. Ich bin gestern um 12 Uhr mittags schlafen gegangen. 12 Uhr mittags. Das ist crazy. Ich war gestern auch bis 9 Uhr wach. Ist ein bisschen weglauft. Aber du bist hier... Kennt ihr das, wenn ihr 9 Uhr einschläft und einfach zu Iftar aufsteht? So ein schlechtes Gewissen, Bruder. Einmal Fasten geträumt, Bruder. Das war also... Das ist krass. Ja, passt ja. Warte mal, ähm... Was ist mit diesem Live-Verfolgungsstack gewesen? Bruder, Kai Senat sagt 50 Stunden streamen, Bruder. Der ist seit 8 Tagen live. Ey, what? Ja? Ich will im Wald dir streamen. Auf gar keinen Fall, Bruder. Im Wald kochen. Im Wald kochen, Bruder. Hast du, kochen, Bruder? Ist doch wie zuerst irgendetwas Teufel beschweren. No, Bruder. Nein, ich mein, dieses Kochen. Ich hab das Gefühl, ich hab dieses Steak noch im Mund. Das hat so gut geschmeckt. Das ist unglaublich. Ey, das hat doch viel Spaß gemacht. Warum haben wir nicht die zweite Runde? Chat, wie sehr? Hat das Bock gemacht? Ja, wenn man gewinnt hat, mach das, Bruder. Denkst du nach meiner, nach meiner, äh... Nachdem ich erster geholt hab, ich hab nicht weitergespielt. Richtig, Bruder. Macht's echt Spaß. Warum spielen wir nicht weiter? Ey, Joel, wie lange bist du noch wach, Bruder? Ich bin gleich so, mein... Joel hat mir heute um 23 Uhr gesagt, so, ey, Bruder. In der Ahnung. Ich werd heute bis 2 Uhr nachts höchstens spielen, danach... Wer muss Arshanti-Subs geben? Das Respekt, das... Arshanti-Subs? Ich hab's... Arshanti hast du bekommen? Was? Ich hab's... Sagen... Gedingst, dann musst du doch... Ja, eigentlich schon. Ja, aber... Aber nur, wenn wir... Aber nur, wenn wir verlieren. Ja, aber eigentlich muss er die dann auch... Ja... Keiner noch. Bruder, ich war die Bank, sozusagen. Und Bank nimmt danach gar nix. Ich darf das so machen. Das ist so nice, 5 gegen 5. Schon nice, ja. Eldos, direkt ein, dreckig... Bruder! Eldos! Sogar in 5 Minuten direkt, ne? In 5 Minuten. Der hat nicht mal Chat-Chao gesagt. Bruder, der nicht mal... Der nicht mal... Der nicht mal... Ja, wir merken die mal. Einmal auf Knopf getrieben, Bruder. Wie beim Turnier. Bruder, der ist einfach despaunt. Das ist krass. Boah, diese Velo... Dieses Velo-Turnier... War so krass... Ernst! Also für mich... Ich schwöre, Bruder, du glaubst das... Wie das Gefühl das war. Ey, wie... Velo-E-Sports-Team von... Von den Frauen jetzt. Focus... Habt ihr einen Button bekommen oder was, Junge? Was sind deren Ränge? Gib mir mal eine... Gib mir mal eine Frau, die bei Focus Valorant ist. Gib mir mal einen Call. Aber da gibt's eine. Es gibt auch eine, die mit Kubaner spielt, oder? Ja, ja, ja. Die ist auch Immortal, glaub ich sogar. Was ist Immortal? Letzte? Ja, das ist voll Radiant. Ja, ja. Immortal sind so... Ist der höchste Rang. Und dann die... Besten 500 von Immortal sind dann Radiant. Hm. Aber ich find Rang hat gar nicht so viel zu sagen, weil es gibt zum Beispiel jetzt bei Sentinel, die haben wir jetzt hier gewonnen. Ähm... Diese Meisterschaft. Und da... Das sind teilweise Leute von denen auf Immo 1. So, machen wir jetzt Rot to Platin. Boah, ich hör den Song jetzt auch. Naja, wenn man extra jemanden anruft, die schon am Schlafen ist, ist das echt krass zu gewinnen. Ja, Bruder, soll ich heute in den Spiegel gucken? Bruder, wenn ich... Bevor ich schlafen gehe, ich guck ja sowieso in den Spiegel, ne? Warte mal ganz kurz, hast du sie wirklich aufgeweckt? Guck, guck. Nein, Bruder, sie war im Chat, sie hat geschrieben, ich muss kurz PC anmachen. Ja, ja. Warte mal. Mein Bruder, der holt sich gerade von dem Rave gestern. Stark. Hami hat mal im Video gesagt, viele Spiele spielen, kein Rank. Bro, like, this game is such a jumpscare, like, I got a jumpscare, like, 400 times. Was wollt ihr jetzt machen? Wollt ihr noch eine Runde? Ich spiel eine Runde, mich noch bei. Dann geh ich pen. Ich will mal gucken, wie gut die Frauen sind. Sind die gut, Chat? Ich spiel nicht so viel. Ich spiel immer nur ein Match oder so, dann bin ich sauer. Und dann geh ich. Ich spiel nicht. Sie hat gesagt, sie war im Berg. Ach. Das ist echt. Ey, ey, ey. Die Welt ist immer noch krass. Da muss jemand reden, Alter. Er geht einfach. Sag nicht mal, Selah Meri, Kim. Aber was haben wir ihm lang getan? Was haben wir das? Er war so motiviert am Anfang, oder was? Ihr wisst nicht mal, was er gesagt hat. Was hat er gesagt? Als wir auf diese Idee gekommen sind. Er sagt, okay, ich geh jetzt rüber, ich drück ansagen und so, wir müssen gewinnen. Wir haben eine Runde Icebox gespielt. Und absolut geklatscht. Dann bei 3-0-4-0, weil ich dann dachte irgendwie, dass wir dann die Runde quitten. Aber ich habe gefragt, ey, woher können wir nicht irgendwie gegen die spielen? Die Icebox kommt noch mal ausbecklos. 600 Euro Donation, Bruder. Gänseordnern. Wer? Ich guck gerade Clips. Ich will gucken, wie gut hier ist. Links. Ich guck Clip, Bruder, ich krieg einen 600 Euro Donation. Bruder Velo. Velo Community ist geistkrank. Velo, komm, ist heftig. Oh. No, komm, no, komm. Hm. Hallo, Twitter! Mit einem Armsleeve, Bruder, die ist ja crazy. Die sind alle im Sweaten einfach mit Armsleeve und so. Diese Bischerei jetzt oder welche ist es? Was bist du für ein Rang, Ashanti? Äh, MO1 gerade. Was war der Peak? Du, warte mal ganz kurz. Du hast immer Spiele herangeholt, Roat? Ja, ja. Ja, aber ich spiel gar nicht aktiv. Du bist doch retired. Ein Teammate, Bruder. Ich will, dass du dich nicht schämst. Ich spiele. Das ist crazy. Wer ist denn jetzt noch bei Velo dabei, beziehungsweise raus? Oder ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Was ist das, Bruder? Ich muss Penny Penny gleich machen, ich hab Stream ausgemacht. Penny, Bruder. Penny Penny ist heftig. Penny Penny ist crazy, arbeitest du da? Penny Penny. Penny Penny. Hast du auch... Hast du Nasenpiercing und Bauchnabelpiercing? Das ist böse. Ah... Irgendwann dich. Wer ist das? Ist sie auch E-Sportlerin, Frauen? Ah ne, das ist die Freundin von Tenz, ne? Ah, Kai Day. Ja, da... Oh, Kai Day ist crazy, Bruder. Aber sie ist gut, sie ist gut, sie ist gut. Der hat auch so ein E-Sports Team mit ihren Freundinnen und so. Die sind alle krass, die haben auch mal gegen Tenzin. Ja, Kay ist richtig gut. Aber die haben die genau... Also die haben die weggemacht, ernst. Tja, du mindestens sch bias적인, Oder die haben die drinnen und so etwas dran gedacht. Ja, ich kann das jetzt nicht reizen. Ich weiß, Sie verlaufen, du jemals selber. Oh, der war da krass. Oh, der мойser mit mir ein Blick und ein Bogen. Ich würde vielleicht nicht da sein. Was ist das nicht was? Fortnite zum Beispiel so. Fortnite EU-Spieler sind viel besser. Ja, aber in Ranked ist nicht die EU richtig scheiße in Wälder? Nein, eigentlich nicht. Also außer jetzt Heretics und wie hieß das andere Team? Oh, ich kenne gar keine Teams. Es gibt ein EU-Team, was nur gut ist. Gibt das Phanatic, heißen die. Ey, wollt ihr jetzt spielen oder nicht? Was sagt man jetzt? Ja, was ist der Plan hier? Was ist jetzt der Plan? Wer zockt alles noch? Was ist noch? Also, ich will nur eine Runde mitspielen, wenn jemand dich, also wenn es nicht... Äh, ja, wenn ihr 5er stack macht, ich kann rausgehen, dann könnt ihr spielen. Nee. Warte mal, wer, 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 wer wäre denn alles dabei? Also, meines Stream ist sowieso schon gone, ich mach, also, ich bin, ist mir egal. Keine Ahnung. Ich bin dabei, eine Runde. Ich will auch noch eine Runde. Du safe? Ich bin auch safe dabei, ich kann aber auch aussetzen, wenn irgendeiner mitspielen möchte. Ja, dann spiel ich zusammen, dann gehe ich jetzt alle Kür. Nein, nein. Dann spiel ich noch live, Aquaria. Äh, ja, und? Ich spiel doch live, Aquaria. Wir können zwei Dreier-Queues machen. Nein, spiel, 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 spiel. Nein, ich geh raus, ich geh raus. Ich geh raus. Selbst da könnte... Essen, wir essen. Wir sägen es raus. Ich geh auch raus, dann könnt ihr fünfer's Deck machen. Dann geht's perfekt auch für euch. Ja, okay. Okay, dann wünsche ich euch viel Spaß. Ja, okay. Au rei. Mach's gut. Ciao, ciao. Ciao. Hi. Sag, du gehst essen? Sag, du gehst essen? Ich kann aber auch uns weiter spielen. Ja, ja, ich geh essen. Spiel zusammen. Wenn du mitspielen willst, ne, ich bin nicht mal mehr Dings. Du kannst spielen. Nein, nein. Spiel, Jungs. Ich geh essen. Ich hab doch eh schon was gemacht. Oh, achso. Okay, okay. Hast du Stream ausgemacht denn? Ja, ja. Ich bin... Okay. Da hat man den Rest dein? Boah, du bist doch einer in der Runde, Lan. Du Bastard, Lan. Ray, du bist in der Runde. Nein, bin ich nicht. Doch. Steht bei mir. Gewertet. Hä? Gar nicht. 0-3. Nein, 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 nein. Mein Account. Nein, hier. Mach's. Du hast wieder falsche Namen. Du siehst Geister. Ein Enkellauchter. Hä? Wo warst du bei mir? Erst in der Runde. Okay, wer fehlt noch? Äh, Ashanti? Ich. Ich. Kommst du mit anderen Account? Ja. Und Jamalai. Wie ein Löwen gespielt jetzt wieder reinkacken. Ich versteh schon. Gehört mir zu, wir machen eine Challenge, ja? Wir spielen so lang, bis wir verlieren. Das ist crazy. Eine Runde nur? Nein. So lang, bis wir verlieren. Bis wir eine Runde verlieren, ja. Deswegen gebt euch bitte Mühe. Das macht Spaß. Oder ich bin so drin. Boah, ich bin seitdem wir aus dieser Runde rausgegangen sind, bis jetzt, ich bin in dieser Trainings-Arena drin, ne? Ja, einfach. Sobald wir einmal verlieren, ist die Aufwege zum Schlafen. Oder ich bin wieder Silber. Nein, mit deinem Doos geht man nicht schlafen. Doch, ich kann... Nein, nein. Und wirst du sagen, mit deinem Win geht man schlafen? Ja, normal. Allah. Guck dir mal meine Aufwege an. Eins, zwei, drei, vier. Und ein Kick in meinen Bauch. Ich schwöre, Jusuf, wenn du meinen Stream guckst, du denkst, du guckst in die E-Sport dazu. Chill, chill, chill. Weil wenn ich keine 30-Bomb nächste Runde mache, ich weiß nicht. Sieht das rot aus. Ja, guck mal hier unten noch. Komm mal rein. Hi, die Jungs. Äh... Ja, komm rein. Schau mal. Schlaf gut. Sehr gerne, mein Bruder. Ja, ich gehe nicht pennen. Ah, Milan, bist du jetzt noch wach? Ich weiß nicht, mal gucken. Ich schaue noch bei euch im Stream später vorbei. Okay, ich rufe dich mit aufs Nippon, ja? Ja, mein Baby, mach. Mach. Ein paar 10 Minuten, guter Restart. ganz immer sehr. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke, Shanti. Ähm, ja, manchmal. Wie heißt du? Selten. Ähm. Ach, ich hab's... Ach, ich hab's... Ach, sag's... Hä? Ach, ich hab's... Ashanti, Kia, K-Y-A-A. Nee, ich hab's... Nee, ich hab's... Silber-Account, Roger? Ja, Mann. Skinny gewechselt is crazy. Was? Bist du... Bist du ein Silber-Account? Warum Silber-Account? Ähm, ich weiß nicht. Ja, mein Bruder? Ja, mein Bruder? Ja, mein Bruder. Bist du ging's? Ähm, ich warte auf ne Einladung. Ähm, ich warte auf ne Einladung. Ähm, ich warte auf ne Einladung. Ähm, ich warte, warte, schreib dir auf Discord. Da haben so'n Fortnite-Smile-D drin. Schickt mir Lobby-Code. Party-Code. Ah, mein Mann kriegt keine Ahnung. Soll ich mir ein Skin ändern-Chat? Welchen wollt ihr haben? Sag mir, welchen wollt ihr? Warte mal, was ist für ein Account? Das ist mein Main-Account. Oh. Bist du Nobu? Kann mir jemand Party-Äh-Party-Code schicken. Glitch-Pop? Ich hab noch nie Glitch-Pop gespielt. Glitch-Pop, was scheiße. Boats, ich hab dir FA geschickt. Andros, 50 Anfragen. Warte, mach nochmal. Glitch-Pop, was scheiße, händler. Ich glaub, es geht nicht nochmal. Du kannst mich schicken. Mach nochmal. Äh, schick mir deinen Namen. Ja, Sekunde. Riva oder Baum? Hab dir geschickt. Das Glitch-Pop, ein geiler Skin? Nein. Geht, ne? Doch. Nein, scheiße. Geht, lieber. Manchmal geht rein. Hast du ein Axis-O-Hort? Abriva, Iron, Glitch-Pop. Dann hab ich diese Wächter des Lichts. RGX. Baum. Diesen Drachen. Prime. Geinno Skin. Geinno Skin. Das ist verrückt. Da, da, da. Okay, starten wir, oder? Okay, cue mal rein, wer ist Partylieder? Soll ich das kaufen? Und die so rote? Stimmt, ich hab noch gar nicht meinen Shop abgecheckt. Mhm. Aber sonst komm ich eh nicht an andere Dinge ran. Das ist so ein Scam. Nein, bitte nicht kaufen. Das ist so ein Troll-Lick, ehrlich, kann man nicht machen. So teuer, ne? Ja. Für zwei Waffen-upgraden oder so zahlst du einfach 50 Euro. Hast du den Battle Pass? Ich hab Battle Pass schon durch. Ja, und da hast du nix, also wie wenig hast du, wie viele Skins brauchst du? Das muss ja dann dumm viele sein. Ich hab viele Skins halt. Mhm. Äh, was wolltest du grad kaufen? Nein, nein, kauf Battle Pass für 10er. Einfach nur Scheiße. Ey, ich will mal diesen neuen Champ Glove spielen irgendwie. Ich auch, ich hab den noch nie gespielt. Den kann ich mir aber kaufen, ne? Hm, was? Für 1000 Champ kaufen? Ja, ja, hab ich auch gemacht. Wenn den früher spielen willst, sonst dauert das Blinder lang bis zuerst. Wenn du Xbox Game Pass oder wie das heißt hast, kriegst du den noch so. Oh, warum? Hab ich auf Tourzer gesehen. Was, was kann der? Äh, er will sich wiederbeleben. Der kann smoken, wenn er tot ist. Der kann... Smoken, wenn er tot ist? Ja, ja, ja. Auf dem da, wo du gestorben bist, dann kannst du doch kommen. Bist du an der Schulter von deinem Mate und so. Ich hab ne... Ich hab ne zwei Minuten Internet restart. Oh mein Gott. Was? Ja. Du hast gewinnen, oder? Nein, nein, nein. Es überlegt er doch, oder? Das dauert doch nicht. Ja, ja, ja. Ist der OP oder was, der Champ? Ja, 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 ja. Der ist krank. Besser Smoker halt. Hm. Das ist Mix. Das ist Hybrid. Do-List-Don-Things, äh, Smoker. Ja, die mussten jetzt einen guten Smoker rausbringen, weil keiner Smoke spielen möchte immer. Mhm. Alle hassen Smokes. Aber ich sag ehrlich, Brimstone geht fit eigentlich sogar. Der ist voll gut. Boah, ich hasse Brim. Wenn, dann Omen. Omen ist gut. Ja, ja, Omen ist wirklich gut. Oder Viper ist die Macht. Nein, 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 nein. Ich hasse Viper. Es gibt zwei, drei Maps, Bruder. Auf den Maps, Bruder, kannst du gegen Viper nichts machen. Ich hab 500 Stunden oder so auf Viper. Oder 400. Du? Wo ich Silber war, hab ich ordentlich Viper gespielt. Immer mit Lineups. Immer. Jetzt kann ich die gar nicht mehr sehen. Ich hasse es, Viper zu spielen. That's crazy. Also diese Queue ist respektlos, ne? Was ist respektlos? Diese Queue. Drei Minuten, vier Minuten, das ist doll. Junge. Jede Sekunde, Tenet Resort. Wer? Ich, ich. Aber manchmal geht das so schnell, da flieg ich dann nicht raus. Aschanti. Ja. Du warst heute AP, ne? Ja. Kommst du öfter wieder, oder? Mal schauen. Ich bin irgendwie nicht so der AP-Spieler. War das dein erstes? Nein, nein, nein. Also ich war ich immer nur aus so Gumbo-Server. Also nicht so mit AP. Und ich kannte das auch nur so. Deswegen kann ich auch gar nicht so gut AP machen. Kannst du schießen, oder was? Ja, aber ich war auf Body-Shoot-Server. Also nicht Headshot-One-Shot. Headshot-One-Shot bin ich nicht gut. Hm, diese Waffen-Switcher. Ja. Warst du Modern V? Ich war auf Late-Night-V. Genau. Hast du schon Modern V? Wie bitte? Was ist Modern? Also jemand hat einen Check geschrieben Modern V. Was ist das? Schlimm. Schlimmer Server, Jamal. Was ist das? Modern V. Boah, Bruder. So diese ganzen Server. Ich will nicht jemand seinen Hack nehmen, so. Aber, ja. Was soll ich dir sagen? Wie nicht Hack nehmen, Bruder. Das ist zwar Avanta, wie sagen die sind gut. Ich testet ihn jetzt nicht. Ich hab alle Zeit der Welt. Wie, oh mein Gott, Bruder. Bruder, warum meinst du Insta-Log? Ich wollt den nehmen. Breeze? Viper? Ein Insta-Log, Bruder. Warst du gerade eben noch kacken, Bruder? Wieso schade hast du dir Insta-Geloggt? Boah, Joel, willst du nicht auf Kuss? Mir du das überlassen. Ja, nimm, Bruder. Ja, dann wird's dir Viper. Ey, meine Leistung? Äh, meine ist eine Team-Leistung jetzt. Ich sag's. Bruder, ich sag's. Bruder, ich sag ich ehrlich. Bruder, ich kann auch Sage spielen. Bruder, ich kann auch Sage spielen. Nein, 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 ich will Jet spielen. Einer ist jetzt nur eine Team-Leistung. Bruder, kannst du Cypher? Bruder, Jet ist auch du. Nein, nein. Eigentlich spiel ich Raze. Bruder, immer, aber. Brie, Cypher ist crazy. Ich hab Cypher nehmen sollen eigentlich, aber ich will die Cypher gar nicht. Aber die sieht fresh aus. Aber sie sieht aus. Kannst du einen Sentinel spielen? Bruder, die macht so Spaß zu spielen. Das ist so eine gute. Ja, so Sage, Cypher, Killjoy. Das ist voll die Vernünftige. Ich küsse auf dein Herz. Viper mit Lineups, ja. Jetzt soll ich diese Viper aus dem Turnier sehen. Die gibt es immer auf Breeze, immer, immer. Und seit ich die spielen kann, habe ich noch nie darauf verloren. Okay, äh... Stärkungsmittel mit C. Wie lange habe ich das? Stärkungsmittel mit ca. 7 Sekunden. Cellcodes ist so ein Overheal-mäßig für Rayna. Okay. Overheal und du bewegst dich schneller von links nach rechts. Man kann es auch dieses Pop-upen oder wie das heißt. Pop-swing, dieses... Pop-swing-sus. Pop-swing-sus. Everything-swing-sus. Ich will nichts sagen, aber Wanta wie besser als Final. Hey. Stark, Mann, war da. Wow. Was habe ich... Also Smoke, was ist... Rumsch... Was ist meine Kuda? Äh, was ist das Mittlere? Ja. Das ist so ein... Das macht die Gegner... Wie heißt das hier? Auf 10 Damage. Ja, 4 oder 34, 10, irgendwie sowas. Und dann sind die fast One-Hit. Also zwei Bullets, glaube ich. Also muss ich raufwerfen, ist wie eine Smoke, sozusagen. Ja, du wirfst es, das deckt eine Fläche. Du wirfst es auf die. Steht da jemand drin. Hast du deine Wall direkt hoch, Yusuf? Dann... Ist er gone. Also hat er wenig Leben. Ich meine hier für Tube, dass ich kurz... Kannst du die direkt hoch machen? Schon mehr... Geh, geh. Borda. Okay. EG mach ich. Schütz dich schon. Außer du kriegst ein Lucky-Ding. Ja, die sind A. Full A, full A, full A. Oha, direkt drauf. Pass auf, links. Ich kann smoken, wenn ich tot bin? 90-Franer-Organ. Ja, Bruder, du kannst für uns smoken. Oh, sorry. Scheiße. Ist gut, egal. Geh durch die Smoke. Wir erwarten dich nicht. Geh durch die Smoke, Jamal. Geh, geh, schnell. Geh, geh, nicht schwer. Das ist dumm. Oh mein Gott, Sven. Was hast du gemacht, Lan? Bruder, ich hab dir doch gesagt, gib mir diese Raze, mein Bruder. Was hat jetzt Raze damit zu tun? Was war dein Aim, Junge? Hast du irgendwas mit Raze gemacht? Bruder, wenn ich diese brasilianischen Götze... War dein Raze, Bruder. Der Part, wo sie verloren haben, war witzig. Er hat uns alle wach gemacht, geh auf einmal, jeder... Ja, jeder auf den Standort. Schem, Schem, ha? Ja, das ist crazy. Okay, lass dich mal ein B gehen lieber mit dieser Chloe. Achso, ich bin ein B komplett kleiner. Und dass du deine Ult verstehst, nachher, wenn du sie einsetzt, hast du drei Sekunden Zeit, um abzuhauen. Dass du deine Waffe wieder in der Hand hast. Und dann hast du zehn Sekunden Zeit, einen zu holen, sonst stirbst du. Oh, oh, die sind schon drinnen. Die sind drinnen, Mabel. Ja, okay, kannst du auch drinnen. Wo sind die B? Ja, Baby, ich will bleiben. Hallo, pass auf, meine Spectral-Link-Links und rechts. Links und rechts. Meine Spectral... Ja, ähm... Ja, ähm... Ich glaube, ich muss gut schicken, was sonst du kriegst. Voll blind. Letzter Leben verwirrt. Ja... Ein Bildtonga, eine FU. Dings, genau, da. Ist Clark gedroppt. Ähm... Nicht, 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 nicht. No time. Mist, komm schon. Das ist klar. Ja, NT, Bruder, NT, NT. Warte, wir spüren Rang, ne, aber? Ja, ja, klar. Okay. Glaub schon. Oh, machst du mir so Angst, Bruder, bitte? Aber ich... Ja, ist... Komm, der ist nicht. Hm, ich hab diese Overheal genommen, das war voll dumm. Naja, nimmst Overheal nicht, aber wenn du Ding... Wenn du keinen Schutz abbekommen hast. Okay, check ich. Äh... Oh, shit. Frankfurt-Server. Arthur Frankfurt, mein Hit. Er hat Frankfurter gesucht. Nein, niemand, aber nach fünf Minuten cuteness auf Frankfurt immer. Also auf alles. Dann wird man schneller, ne, glaube ich. Ah, stark. Ja. Ey, ey, Steps, Steps, Steps. Da, da, da. Wo? Äh, B, 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 B. Die dürfen nicht zulassen. Wie hat mich das Ding getetet? Hat mich, hat mich... Jetzt, jetzt, jetzt. Ja, Bruder, du musst... Hast du hold gesetzt? Ne. Oh mein Gott, er ist low, er ist low. Noch einer, noch einer da. Oh mein, oh mein, er ist low. Oh mein Gott, Digga. Ich check nichts mit diesem Champ, Bruder. Rainer minus 50. Hast du nicht auch Rainer? Oh, oder? Oh, so ein schöner Skin. Ich liebe den. Dass die andere Hand auf der Waffe ist, ist so geil. Okay, äh, kriegt ihr B jetzt hin oder kommt die jetzt immer rein und blenden? Geh mal, geh mal Dings. Geh du mal B. Äh, Joel, kannst du auf B deine Wall direkt hinmachen, ne? Nee, warte, du bist A-Spieler. Äh, geh du mal B. Bruder, ich bin... Bitte, ich brauch nicht so viele auf A. Also, ich brauch maximal einen. Bruder, ich muss halt Tube halten, ne? Okay, dann ist das okay. Oder halt du Tube brauchst. Ja, halt Tube und dann geh rotier halt, Bruder. Halt Tube und Ding. Ich kann ja auch Tube gehen, ne? Ja, dann... Ja, ist A-Ding. Zeit, Ding. Gucken verboten. Okay, halt du Mitte, Joel. Geh mal Mitte. Ich hab einen Shotgun. Kann sein, dass sie rotieren. Ja, die rotieren, die sind irgendwie nicht mehr da. Hey, gerade in die Höhe. Wo oben, wie viele? Eine, eine ist nur hoch. Aber die rotieren alle. Ja, die sind rüber. Stark, stark. Er ist in der Mitte runter, wir waren gerade auf. Warte. Ja, ja. Und Bruder, warum laufe ich und schieße wie ein Bastard? Hm. Das ist dein Kill. Ja. Warne. Äh, da war mit alles gut. Der andere weiß nicht, wo er war. Auch Mitte rechts. 80, 80. Rechts, rechts, rechts. Bruder, das ist dieser Ping, Bruder. Ich bin schon längst weg. Ich krieg nachher noch Hits, Bruder. Warte, hat einer mir zugeguckt? Ich bin um die Ecke gegangen, ich hab Hits bekommen. Hm, hm. Das ist ein armer Mann. Ich kann's mitkaufen. Hm. Okay, jetzt, wenn ich tot bin, kann ich mich wieder resen. Ja. 3 Sekunden zum Abhauen und 10 Sekunden zum Killen. Ja, lass alle weh. Äh. Mach deinen Waller einfach Tube, oder? Ich hab hier meine, meine, meine Op. Ja, das ist B, das ist B, das ist B. Das ist B? Ja, ja. Ja, ja, cool. Aus dem Weg! Einer ist Mitte. Pass auf, die kommt, die kommt, die kommt. Pass auf, die hat der Old. Ja. Pass auf, sie fliegt, wenn sie vielleicht hoch ist, gleich noch runter. Warte, ich mach nochmal Schleim. Ja, wenn wir hinter uns bleiben, wenn wir hinter uns bleiben. Ja, ja. Sie ist Mitte. Pass auf, pass auf, pass auf. Die P, die P, Rainer. Ah, sie ist los, sie ist los. Die war Mütze, oder? Du dumm, Alter, was hat die sich gerade gesagt? Was hab ich für einen Arsch eben gerade, ja? Das, das war crazy. Oh, Parajok. Ich hab gar nicht... Ich hab da deine Kuh... Warst nochmal meine Kuh? Stimmt, dass die... Du machst die One-Shot, oder so. Ja, ja, ja. Du, du, die sind... Sehr, sehr, sehr. Du hilfst mit Windeln, glaub ich. Die ist mit. Hab ich gesmoked, oder? Gänsehaut. Er hat Waffe genommen. Er hatte keine Waffe. Och, die steht oben drauf. Oh mein. Viel Spaß damit. Ziel ist tot. Alles schon drauf. Zwei, weiter. Regal, Shanti, du machst mit dem Pogi Breakdance, ne? Das ist ein crazy Ding. Links, rechts, links, rechts. Wie viel hab ich denn? Ich bin die ganz Runde Mute, Gänsehaut. Und sie sind links. Was, Bruder? Pass auf. Ich war die ganz Runde Mute, sorry. Kann einer ballen? Ja. Ich spiele auf Old. Okay, C, Q, E, okay. Ich leg dir trotzdem da die Dinge hin, Shanti. Du kannst peaken, wenn du möchtest. Ich hab die wirklich baitet, aber ich hatte irgendwie Angst, dass ich sterbe. Die werden rotieren. Ja, ja, sollen die. Alle gut. Die werden über Mitte, fast über Mitte bis hin. Ja, ja, ja. Ich halte Mitte hier. Genau, Joel. Ja, Joel, du siehst. Die sind schon da. Ich hab die Side-Mini. Ihr könnt alle rüber, ihr könnt alle rüber. 120, Chet. Asshanti, G auch. Mhm. Oh, ich hab ein Brett mit der... Nein, 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 nein. Oh mein Gott, Double Headshot. 110 auf Rainer und 110 auf Gecko. Ohne Sinn. Einmal so gut sein wie Rainer. Ernst. Ey, Gecko slow, ne? Obwohl Sage hat die Mail gehißt. Wir gucken verboten. Rainer, ihr O-Wir wird weggehen. Seid leise. Wir sind Mitte. Ja, Mitte. Oh mein Gott. Nein. Kommt rüber, Rohrhardt. Alles macht ab. Noch 30 Sekunden. Scheiße, Mann. Aber könnt ihr haben, Rohrhardt, oder? Aber gegen Full. Oh mein Gott, ich bin... Alle zwei unter dir. Unterschätzt du mal Wort nicht. Guck mal. Schade, Mut. Schade. Das Try. Hä, aber warum könntest du nicht folgen? Ja, weil du Letzter bist, Bruder. Du wirst du vorgepuschen und weil ich... Bleib bitte am Leben. Auf Attack muss Spike-Clanted sein. Dann kannst du auch holzen. Ah, okay. Ich checke. Aber es war gerade... Ja. War gerade so eine unnütige holz. Ich bin einfach reingegangen. Ich dachte, ich kann wieder Dingsen. Ja, ja. Ich weiß. Ey, Yusuf, kannst du bei deiner Wall in der Mitte direkt hochziehen? Dass ich dann direkt die Pieken kann von der Wall? Schwer. Warum schwer? Also... Du willst durchlaufen, oder was? Nein, nein. Dass ich direkt hier nach hier gucken kann, weißt du? Ich glaube, ich studiere diesen Champ. Ich glaube, das wird mein Neues. Oder die Walls, weißt du? Ja, okay. Aber ich ziehe sie dann wieder runter, weil ich brauche die Kugel hier. Ey, die sind hier, die sind hier. Schieß Monster ab, schieß Monster ab. Lass dich nicht... Renn nicht weg. Man muss da null tun, die liegt so lange. Nutze Rauch. Oh, beide low. Rainer und Jet Queen 201. Er rennt. 100, einfach Gecko. Gecko's low. Ja, stark. Die Specs haben gewesen, glaube ich. Warte, warte. Oh, ist Rainer gestorben? Oder du? Nein. Oh mein Gott, stark. Hast du gesehen mit was? Alter. Du hast die eine mit der Molle getötet, ich die andere mit der Granate. Das ist krass. Ich muss Ackernetz, ich stehe vier. Hab ich eingehittet mit diesen Dingen? Oder diese Kugel, wenn die... Guck mal, wärst du zum Beispiel jetzt gerade Mitte gewesen, als die rübergepusht sind, du würdest die Kugel auf die Mitte werfen. Oder auf die, besser gesagt. Bruder, du holst direkt einfach rein springen, du hast alle. Ich habe so schöne Kills schon mit dir gemacht. Die ist sehr, sehr OP. Ah, die wird dann noch genervt, ne? Ja, ja, aber dauert noch. Man weiß nicht. Kannst du mir vorstellen. Ah, das regt wieder hoch, Josef? Ja. Ich habe selbst gehört, glaube ich, 1-7. Oh! Bruder, ich hasse diesen Pink! Ja. Du warst Mitte, ne? Mhm. Ja, spielst du doch alles gut, wir brauchen die Punkte. Okay. Bei euch, da? Ja, BBB, walker. Ah, ich bleib trotzdem, ich bleib trotzdem mal. Wir werden rotieren. Schau bitte, schau bitte. Wie lange hält die Smog? Nein. Die kommt sogar wieder. Du hast die ganze Zeit Smog. Ich mach runter. Komm. Wo, zu dir? Mann, Dicker! Ich bin so überfordert. Ich bin so überfordert. Ich bin ulten, ulten, ulten! Oh mein Gott. Ja, sorry. Oh mein Gott. Fuck. Ich habe dich gecheckt. Ich habe dich... Warte auf den Lerk. Ich bin so kacke. Stopp, er schießt meinen Fuß rein. Start, start, start. Start, start. Start, start. Start, start. Start, start, start. Oh nein! Rechts, 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 rechts bei mir. Warte, hier, 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 hier. Also ich glaube, er hat ihn schon geholt, bro. Oh, okay, okay. Hä? Oh, Bruder, bitte. Ich schieß meine Füße an. Alter, wieso schlucken, Bruder, bitte? Ihr müsst halt auch bodygewerst. Ich hätte ulten sollen, Dicker. Ja, Mann. Ich will gerne wissen, wie die ult aussieht, Mann. Ich glaube, ich gehe einfach rein, glaube ich. Oder? Guck mal, wenn du hier... Geh mal hier, maximal bis hier, dass du direkt wieder zurücklaufen kannst und Joel dir dann die Vault geben kann. Joel, du musst jetzt mit ihm spielen. Äh, nee, wer ist das Ding? Okay, einer mit, einer mit aufpassen. Ach doch, Joel, du. Wie soll ich jetzt holen? Du waltest noch nicht, erst wenn er seine Holt einsetzt. Okay, check er. Pass auf, du musst gleich jemand holen. Ey, du musst jemanden holen noch. Du musst jemanden holen. Schnell, 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 schnell. Wie, wie, ich muss jemanden holen. Du musst jemanden töten. Du musst jemanden töten. Du musst jemanden töten. Du musst jemanden töten. Schnell. Oder woher, Digga, ja? Ich zeig dir doch, mein Bruder. Aber warum wollt ihr denn da? Die anderen waren doch auf B, oder nicht? Die anderen waren doch auf B, Leute. Halt für dich. Waren die auf B? Ja, eigentlich. Ich kann's mal. Ich kann's mal. Rotieren die oder nicht? Ja. Ja, die Chimps waren stark, Joy. Zusammen, 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 zusammen. Komm. Ich glaube, ich bin rechts weg. Aber nicht hintereinander. Rechts, rechts, rechts. Rechts, rechts, rechts. Was ist der Typ? Ja, ist auch, ah. Echt? Ja. Spiel zusammen, spart sich so. Warte, warte, warte. Spiel zusammen. Haben wir einen Vorwurf, oder ist? Bältet euch nicht, bältet euch nicht. Wir wissen, wo er ist. Etchettiert. Piegt zusammen, piegt zusammen. Dann bältet ihr euch nicht. Sehr stark. Äh, braucht ihr? Was? Für Old? Ich hab' den. Dass ich einmal noch meine Old bekomme, die Runde. Dann haben wir auch noch eine safe Runde. Alter. Warte, ich kann nicht gegen diese 60er Pink spielen, ne? Ich auch nicht. Warte, das ist so schlimm. Du schießt den Team. Du müsst halt auch Body gehen. Du müsst auch Body gehen. Headshot bringt nicht so viel. Warte, du gehst um die Ecke, du stirbst. Und warte mal, wenn ich einen geholt habe, lebe ich wieder normal. Ja, ja. Hast du auch sogar Full-Life, wenn ich mich nicht täusche. 150 oder nur 130. Schon ganz klar. Rott, smoke richtig viel, wenn du tot bist. Du kannst deine ganze Umgebung so viel smoken. Ja, aber ich würde ja auch Weh geholt. Das Ding ist gut, eigentlich nur mit, du spielst Rott. Und dann kannst du beide Sides noch schießen. Ja, ja. Niemand auf A. Okay. Ja, das wird ein B-Ding. Ich hol dir einen Old-Punkt. Nein, siehst du aus, siehst du hier. Wo? Ja, ja, ja. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Ich glaube, die rotieren zu mir. Nice. Da ist noch einer. Hier, Treppe. Oh, Bruder. Ich bin zu aus. 80 Rainer. Das war so safe, ein Headshot. Smoke für dich. Abgeschotten. Ja, wir gehen auf A. Du hast ihn links gehört, Ashanti. Echt? Ja, ja, links, 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 links. Hinter, der ist auf ihrem Window gewesen. Der oben? Nein, irgendeiner. Ich glaube, bei Ashanti einen gehört. Ich bin komplett verwirrt von denen. Ich schwöre. Komplett verwirrt. Die B? Ja, ja. Cool. Smoke für die. Smoke, wenn du kannst, hier. Aber ich habe... Nee, ich gehe nicht mehr. Oh, mir klatscht das. Ein Aim. Sehr schön. Und ihr habt den. Lass zusammen, lass zusammen. Warte, warte, warte. Er ist weggegangen. Er ist weggegangen. Geh über den. Einen entschärfen. Warte, lass zusammenpiken. Ich habe ge... Komm, ich defuse, defuse. Du musst mich halten. Er hättest davor schon defuseen müssen. Während ich dich halte, aber... Ich habe doch gesagt, dass wir... Keine Zeit. Oh mein Gott, eine Sekunde. Oder eine geschnissene Runde. Wir können ja ihn nicht zusammenpiken, wenn du on-spec stehst und er close rechts in der Ecke ist. Also du hast ja gar keinen Piek auf ihn. Ich habe doch eine Satchel. Ich kann ihn doch aus der Ecke raus satcheln. Lass mich mal... Lass mich mal eigentlich alleine A. Gebt mal bitte B und Mitte. Warte mal, ist mein... Ist mein Streamer drauf? Ja, ich bin ja online. Hallo? Ich bin nicht online. Nee, kam irgendwas mit. Ich muss was in die Luft jagen. Armee, mann. Einer ist hier. Ey, mit, 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 mit. Jungs, ich habe euch gesagt, auf A brauchst du nicht so viele. Geh, ich zieh dir die Wall hoch. Geh durch. Geh durch. Geh, 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 geh. Außerhin. Ich zieh sie dir durch. Ausgelöscht. Geh deine mit. Komm mal, ne hier. Bruder. Bruder. Ey, das ist krank. Nein, 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 nein. Niemals, ich schieß einen vom Backup. Minus 50 beide. Fuck. Wirst du auf diesen B? Ja, ja. Save B? Ja, save, save. Der Spike liegt auch. Ich brauche eine Waffe. Ne, ja, das ist so krass. Warte, warte. Ich habe einen Crouch there. Geh weiter baiten, ein bisschen. Ey, Sage hat gebrannt und ein anderer war hier. Muss ich rein noch hören. Ich mache mir Angst. Kannst du einen Dog machen? Er ist halt wirklich da. Ich habe es mir schon gedacht. Er ist Main. Aber jetzt ist schon Overheat, oder? Er war da rechts unten. Kannst du bei mir schon Overheat? Ja, wer kann ja zweimal. Er suche einfach so seitlich den Speck zu dir führen. Genau, genau. Was so seitlich den Speck? Ja, genau so. Ja, ja, klappt. Ja, hast du. Statt. Gute Smoke, aber, Digga, einfach die Smoke hat Dings, hat die Runde gesaved, ne? Ja, ja. Ich sage dir doch, das ist schon sehr OP. Okay, komm direkt A, die haben keine Chance auf A. Komm, die haben nichts. Wie smokest du? Sag mal, wie du smokest. Äh, ich smoke A komplett. Also, ich brauche die Bombe bitte hier. Ja, Bruder, ich meine, wie warst du? Damit weiß ich Satchel. Aber er ist rot nun, ne? Geht's. Ja. Ja, ja, alles gut, alles gut. Ich geh tube. Der einzige Dualist, ja, komm. Ah, die haben nen Gekko. Tief einhaben. Jetzt wird's neblig. Und? Blended hier. Blende. Oh mein Gott. So, pass auf. Einer guckt, äh, mit, mit. Ja, stimmt. Beim Blame. Ja, ich pieg mit hier. Nice. Aber das muss noch einer sein. Alles noch stark. Minus 53. Ja, hat. Minus 53 hier. Er ist hier. Marker. Ja, ja, habt ihr, habt ihr. Stark. Nice. Ich versuch ja ernst zu bleiben, aber das ist einfach so spaßig. Dann nochmal. Die haben, guck mal. Können wir B gehen? Und? Kann ich auch, hab ich auch Dinger. Kannst du so rollen, oder wie machst du das? Ja, ja. Okay. Die Kuh ist ja wie, wie Dings-Ulti gefühlt. Hey, soll ich mal die Ultage-Wall straight machen? Ja, ja. Nur, dass du halt danach noch einen Schritt abgibst. Hier machen, Bruder. Er weiß. Was machen? Okay, erstmal reinzetteln. Okay, geht da weg. Sonst schmeiß ich mich. Bruder. Dein Tutierbett? Oh mein Gott. Hey, von innen. Ja, push nicht, push nicht. Spiel bitte. Wir haben den Speicher schon geplantet. Oh mein Gott. Er ist in der Smoke drin und gib mir einen Double-Headshot. Kann nicht sein. Die haben ne Vandal. Ne Vandal? Er ist Classic Demon oder so. Keine Ahnung, wer ist. Spielzeit. Mann, Digga. Warum ich alleine da? Wo ist das? Inspektor ist crazy. Oh mein Gott. Ich sprenne dir den Spike. Nein, ich weiß mehr. Oh. Abutanga. Abutanga, lan. Abutanga, lan. Hey. Einen Kuss auf deinen Tanker, lan. Einen Kuss auf deinen Tanker, lan. Da hängt, ich dachte, Pokal kriege ich, Bruder. Ich kriege nicht, also nur Jeff Strobel kriege. Nur Jeff Strobel? Ja. Das ist krank. Das laberst du nicht. Deswegen, doch. Ich habe, also, mir hat halt der Mod so geschrieben. Deswegen, Tanker hängt immer noch da. Ich lasse ihn jetzt immer da. Ist er verstaubt und seine Gummikapotik. Ich gehe chub dieses Mal. Oder einen hinter den Leck, Dinners, glaube ich. Meins. 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 Nein, Roat, Roat. Geht, geht, geht. Komm, 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 was macht ihr? Ich brauche ich. Plente mal einer, bitte. Hab sie, hab sie. Komm. Jet ist, jet ist Lili, 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 Lili. Plente. Nicht, liegt, liegt. Jet ist Tube. Guck hinten auf, Yosef. Ich kann da kaum durchkommen. Ja, eigentlich muss einer. Oh, ich bin, wohin? Oh, sorry. Alles gut, alles gut. Einer ist da rechts, ja genau, da wo ich schieße. Da, Entschuldigung. Da, hat er. Ein Gegner übrig. Ja, habt ihr. Tschüss, tschüss. Bei mir. Aslan, Aslan. Chance, gern. Wie, 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 wie. Habt ein, habt ein. Wir können wieder B, komm. Abwechseln. B, A, B, A. Ey, könnt ihr bei B, äh, Joel, Ashanti, kurz warten, dass ich session kann, weil sonst... Bruder, die können... Die halten ja gar keine Seite. Nein, das geht. Oder die haben nicht mal was zum Halten. Sie haben doch nichts. Ich lege Klaus, dann sorge ich für dich. Ja, ja, ja. Ich elbow oder wechseln? Elbow, elbow, elbow. Boah, ich satchel einfach. Warte kurz, bitte, Joel, bitte. Oh mein Gott. Ja, ich mach, ich mach alles gut. Ihr wollt nicht die Wand kaputt schießen? Stark. Oh mein Gott, ich bin einfach mit meinen Sorg full piece. Ich wandern diese Sage, die ist mir nicht aufgefallen. Oh mein Gott, ich bin so blind. Ein Schuss nach Land. Geht rein. Geht rein. Jetzt hat einer gesmoggt, ne? Lass a, lass a, lass a, lass a, lass a. Alles in einem. Alles links. Lass a, lass a, lass a. Komm mal, komm mal, komm mal, komm mal, komm mal, komm mal. Plant bitte da wieder für mich. Äh, mach ich, mach ich. Ich hab mit gewollt, ne? Mitkönig, ich hab mit auskönig rein. Bruder, wo plantest du? Bruder, bitte. Ist doch hier. Nein, Bruder. Wo denn? Ja, scheiße. Kannst du nicht von der Line-Up spielen, die kommen nicht an. Aber wie? Sagst du, gell? Die kommen nicht an. Ja, ja, die kommen nicht an. Mach vor den Main. Mach vor den Main so rein. Double Doss, eine durch. Was, mach hier das gleich? Double Doss. Ich bin da, mein Bruder. Nice one shot. Spielzeit, sterb nicht. Also das kann er die Füße. Ich bin da, mein Bruder. Sag nicht, hab. Sag nicht, hab. Sag nicht, hab. Ich bin da, mein Bruder. Ich bin da, mein Bruder. Das war so schöne Line-Up. Dafür, wo? Der zum Ping mal immer gleich wo? Oder immer, immer hier. Immer hier. Okay. Außerhalb dieses Jobs ist Unstärklichkeit gar nicht mal so nützlich, ihr glaubt. Komm, wieder A. A. A, kommen wir die ganze Zeit drauf. Yeah. Bruder, ist das Gänsebräuch. Boah, ich komm, mein Z-Shift ist nicht durch, ne? Ja, Breeze ist nicht so die, die... ...Race-Map. Ja, Bruder. Oder immer, wo da irgendein Arsch steht vor mir. Ja, und das geht's auch um... Jett wär heftig. Kannst du, Jett? Ja, auch. Jett ist hier geisteskant, gut. Mit Spike-Walken? Ja, ich kann Dings nehmen und kann dann unten. Oh, ich kann... Jetzt rein, komm. ... ... ... ... ... ... ... Geht alle Klaus hierhin. Nice. Maybe Double Doors. Ich hab keine Angst, Bruder. Ich bin so schlecht leider. 120 auf Rayna. 120 auf Sage? Krieg nicht. Du kannst schon leider was machen. Mach schon. Wart's noch? Ja. Sage has one hit. Kannst weggehen. Kannst weggehen. Oh. Nice, Bruder. Stark, Bruder. Stark, Stark. Hä? Hä? Komm, lass nochmal... A, äh, nochmal B und probier mal jetzt da durchzukommen. Komm mal, ich geb dir mal, ich geb dir mal heftige Ding. Kannst du mit Smoke spielen? Wenn dich einer zu... Smoke mal hier, Roat, eine. Für Jamal. Meinst du, dass ich in die Smoke setze? Dass du in die Smoke reingehst, ja. Ja, easy. Weil das die einzige Seite, wo einer ist. Ich hab die rechte Seite und man muss noch in die Ecke gucken. Wir können auch die Wand kaputt machen und da mit dem Warburg spielen. Oh mein Gott. Gänsehaut, Bruder. Wo sind die? W-zwei Mitte. Wartest rutsch, mach euch. ましょう, bet benefic, 3-3. Hallo? Ja, ihr müsst aber schnell die... Einer werd reisen. Einer soll da bleiben. Jamal bleibt da. Gänsehaut, Bruder. Headshot in der Luffока. Alles gut, kriegt ihr ihn. locker locker das mit zugut ja das war ein headshot und ich wollte dann haben wir gewonnen wenn ihr wollt sogar wenn ich spaß haben wollt geht all auf george das crazy ich kann ja ich habe eine waffe eine waffe mit null ich habe ein bisschen spaß schade 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 ja wollte auch ein bisschen spaß und spaß wird mir genommen ich bin nicht gepusht ich wollte bergte ihn aber hinter mir lass mal drei leute reingehen und zwei leute in tube machen die dort dann aus ich kann nicht so ne kaufen wieso eco weil keine geld hat oder wenn ich alle wende kaufen irgendwie ist gar keiner Nimm die Wände. Ja, ja. Halt meinen Arsch, ey. Minus 117. Minus 117 hier. Minus 117 letzter. Auf meinen Marker. Genau auf meinen Marker. Komm doch rein. Oh mein Gott. Plente, Plente. Das war eine wichtige Runde. Also, ey, für keinen gibt's Schlafen. Ich sag euch, bis wir einen losholen. Ist egal, was passiert. Bis wir einen losholen. Du sagst, nur eine Runde kann ich noch machen, aber danach... Nein, 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 gibt's nicht. Gibt's nicht. Nein, nein, nein. Ich sag CETA soll nicht bannen von Feinden. Boah, ich war sogar... Ah, wieder Silber. Alter, erste Runde. Warte mal kurz. Hä, wie bin ich... Ich hab doch vorhin verloren. Das war gestern. Hm. Okay, wieder Silber. Zack. Crazy, Alter. Ey, dieser... 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 Dieser Clove is crazy. Hm. Das macht so Bock, Bro, wenn du reinkommst. Oh. Ernst, richtig stark. Über der OP, Champ. Schon 8 Uhr gleich. Ja, ich... Alter, das ist heftig. Aber hast du morgen was zu tun? Nein, ich hab Dienstagsschule. Ja, ist doch egal. Du hast Dienstagsschule, dann mach heute durch, damit du schlafen musst. Ja, sag ich auch. Nein. Weißt du, wie schön du schlafen wirst? Du wirst der Erste sein. Du wirst diese Schlüssel nehmen von Lehrer und Tür aufmachen. Weil er kurz noch Kaffee holen, Bruder. Boah. Eigentlich ist es ein guter Call, durchzumachen. Ich sag ehrlich. Ich bin noch nicht mal... Ja, ja, also bis 19, 20 Uhr und dann gehst du durch pennen. Dann stehst du, Bruder. Dann wachst du auch im Klassenzimmer. Ich sag dir ehrlich. Bruder, ich sag dir... Boah. Dann machst du dein eigenes Bett und so, weil du hast so viel Zeit dann. Ey. Ja, ich schwere. Ich weiß, dass... Ihr wisst das. Das wird nicht klappen, Bruder. Er wird um 14 Uhr, Bruder, er wird ein pennen. Er wird ein 20 Uhr aufstehen. Aber Bruder, kuh doch an den ich nicht an, ey. Wer ist denn hier Dings? Aha. Ja, das ist gut, das muss ich anders überlegen. Oh, der S1 an Schuhe, Bruder, er wird aufstehen mit Sabberfleck auf Bauch, Bruder. Das Ding ist ja bei dem mal richtig schule, ne? Seine Brille ist so schief, Bruder. Einer hängt so oben. Einer, Bruder, wohnst du nicht in Hamburg, Bruder? Das ist nicht schule in Hamburg, Bruder. Speedrun, so. Hä? Nein, nein, nein. Ich sag das immer noch. Leichtes Ding ist in Hamburg. Warum in Hamburg? Ich weiß nicht. Hamburg und Berlin. Einfacher, oben ist das einfachste, Abi. Also ich fand, ich fand bei mir auch richtig einfach. Ja, aber Bruder, MSA, Bruders, da kack ich drauf. Ernsthaft. Er hat nicht nur MSA, was hast du, hast du nicht duale Ausbildung gemacht? Ja, so gut. Ja, und dann hast du abgebrochen. Ja, ja. Ja, ja. Aber ich schwöre, meine Ausbildung war überschwer. Warte, was hast du? Ich weiß. MRT, MRT-Dingsbums. Bruder, ich musste einfach von allen Knochen, die das lateinische Begriff Dings wissen. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Und so viel mehr über Radiologie und so Shit, das ist ernst nicht so, also das hat, ist nicht schwer, aber hat halt viel mit Lernen zu tun. Du weißt schon, du weißt schon, mit der Ausbildung, die du gemacht hast, dribbeln auch viele ihre, ihre Dinge, ihre Bachelorarbeit. Also, deine Aus, du kannst deine Ausbildung machen und sobald du die Ausbildung hast, hast du schon wie Fachabi, genau, und dann kannst du studieren, dribbeln sich viele durch mit der Ausbildung. Du weißt, du weißt. Also, diese Ausbildung, das war halt ernst, eine hart, also, einer der herzesten Ausbildungen vom Lernfaktor her. Ja, ja. Also, das kann man gar nicht mit Berufsschule und so vergleichen. Ich war halt nie ein Typ, der gelernt hat, deswegen habe ich das noch abgebrochen. Welche Ausbildung? Das war so medizinisch-technische Radiologie, aber das war nicht nur Radiologie, du hast auch noch Nuklearmedizin, Anatomie und so shit, ja, ja, voll krass. Bruder, ich glaube dir, dass meine Schwester hat Medizintechnik studiert, hat auch nach Radiologie gearbeitet, die hat diese Knochen und so, die hat das so an ihrer Wand so geklebt, damit sie das so lernt, wenn ihr einfach so im Zimmer steht. Nein. Anatomie ist mies, mies schwer, oder? Ist nicht schwer, Bruder, ist halt Lernen, aber ich habe halt nie gelernt, das ist das Ding. Kämpfst du auch in Nürnberg? What? Was mache ich? Kämpfst du auch in Nürnberg, bei dieser eine Woche Challenge? Bruder, wie soll ich kämpfen, Bruder? Ich zeig dir, such dir, nimm Elders irgendwie. Mach. Glaub mir, das wäre todlustig, weil ihr habt irgendwie einen Ring oder so, hat er gesagt. Ich bin da raus, auf jeden Fall, aus diesem Ring. Soll ich gegen den Schmalen kämpfen, oder was, Chat? Gegen den Schmalen kämpfen, Chat? Digga, A$AP Rocky Prime Chat, Top 5 Rap of all time. Was sagt er zum neuen Future Album, mit Metro Boomin? Stark. Weil ich mich mal reingehört, ne? Ich habe gar nichts gehört davon. Ich bin gar nicht hinter Army Rappen, nur damals, aber das war, finde ich richtig hart. Also alles aus Metro Boomin an Fest, Bruder, ist hart. Was sonst, Euro, Bruder? Mhm. Keine Ahnung, Anime Opening, openings, Alter, hat mich nicht. Was? Ich habe ernst, Bruder. Jetzt heult. Du hörst an, ich habe openings? Ich schwöre, Bruder. Bruder, einer hat Kopfhörer rein, geht zur Schule, hört, hey, schallah. Bruder, war auch ein Icebox, ja. Bruder, Icebox war doch vorhin, der Dings. Ich sag euch ehrlich, es ist wieder diese Clove, ja? Bruder, ich bin unbedingt, ich will auch einmal Jet eigentlich spielen, aber Ashanti, ich spielst du Jet, oder? Mistig aus, ich spiel. Ich spiel da mit dem Jet, ich muss reinkriegen. Boah, du mit deinem, deinem Sniper-Aim? Ja, stark auf Jet. Ich? Was hast du mit deinem Voicecrack? Wer? Ich? Ich spiel wieder Viper. Nein, Jamal, Bruder. Sehr, sehr. Und dann Jet. Okay. Coding Crazy war... War dich Rainer, oder Geku? War Crazy, es happened, Coding Crazy ist von Future, Geku wäre auch Crazy, ja? Wenn du kannst. wenn ich Slashes und so. Ja, man, wäre cool. Wir müssen halt jetzt, wenn wir jetzt direkt, oh, meine Maus ist leer, Scheiße. Wir haben halt wieder nichts, glaube ich, ist deine Maus gekommen, Brud? Ich will gucken, was du haben, was etwas kaputt machen kann, ne? Wieso, du in Schweden bestellt hast. Oder du wolltest eine? Die ist auch schon halb kaputt, Digga. Bruder, ich brauche einfach nur Logitech Placement für diese Jeep Pro Wireless, weil ich die immer kaputt mache. Ja, ja, kennt ihr noch KSI damals? Der hatte doch hinten so Wandschrank mit PS4 und Roller. Aber sowas brauchst du auch. Ich habe meine Superlight viermal kaputt gemacht, wegen Velo. Hä, wie, hast du dich geschmissen, oder was? Ich habe noch nie Maus und Tastatur kaputt gemacht, Bruder. Ich habe die einfach genommen auf meinen Tisch gehauen und dann ist sie einfach raus. Ja, Bruder, die ist so hoch. Aber ich kann mich noch nicht raffen. Ja, same. Die geht instant kaputt, wenn du die auf den Tisch haust oder so. Ja, ja, ich boxe immer lieber auf den Tisch, anstatt die Maus hochzutragen. Bruder, mein letzter Tisch hatte vier Löcher. Bruder, mein FIFA. Ey, ihr wisst nicht, wie ich angefangen habe. Das ist ganz schlimm. Bruder, ich kenne deinen alten Streams, Rohat, Bruder, in dieser Ausbildung. Bruder, FIFA war ganz schlimm. Bruder, das ist zu krass. Mein Tisch war einfach vorne, also vor mir, wo normalerweise Mauspad ist, war ein riesen, also weil da so viele Löcher waren, hat sich eine Kuhle entwickelt. Das war einfach ab. Bruder, ich hatte ein Display auf meinem Tisch, damit mein Tisch halten konnte. Ein Penner auf Sperrmüll hatte ein besseres Setup. Bruder, ich schlage immer gegen meinen Stuhl. Bitte hört ihr meinen Stuhl mal an, wenn ich vorne und hinten gehe. Hört man das? Oder lass meinen Stuhl, wo er wenn sich nicht mehr wege, Bruder. So sind wir gelangt mit in den Leben. Jeder erzählt seine Storys, Alter, wieder Ding. Schandt, ist auch irgendwas bei dir kaputt? Ja, wie gesagt, viermal meine Maus kaputt gemacht, letztes Jahr. Meine Superlight. Und jetzt habe ich keine Superlight mehr. Das ist crazy. Ich habe Lust gelassen. Das Dünnste kaputt zu machen. Bei Tisch musst du ganze Setup abmachen. Mein Tisch ist so massiv, Holz, der geht gar nicht kaputt. Das ist so geil, ja, ja. Das Rohr hat sein Neujahr ist auch so. Ja, das ist so Küchenplatte. Ja, ja, bei Rohr hat er auch einen heftigen Tisch. Ich fühl dich wieder. Einmal wegen Fortnite mein Monitor reingeworgen. Ja, ja, aber mit Controller damals noch. Aber habt ihr schon mal den Monitor kaputt gemacht? Ja, einmal. Monitor auch bei mir einmal. Leider. War aber nicht extra. Dinger reingauen? Controller. Ich habe Controller geschmissen. Oh, für Ende. Das ist FIFA, aber das ist nicht Controller geschmissen, sondern einfach auf Buff und an Ecke gegen. Warum rastet jeder bei FIFA aus? Das ist einfach, das ist einfach so. Das ist Momentum. Das ist Momentum. Das ist Momentum. Momentum. Das ist Momentum. Ey, nein, nein, was macht ihr? Ey, Digga, dieses Rausch, ist ja übel OP auf Dings, oder? Diese was? Diese Kugel, die schmeißt du in der Pistol Round, oder? Ach ja, was damit? Die ist übel OP, oder? Weil die sind instantane. Ja, ja, aber dein C ist halt auch OP bei Pistol Round, weißt du? Ja, stimmt. Was soll ich da lieber holen? Ich nehme immer C. So, hier Röhre halten. Kugel ist halt zu gefährlich, um mich zu treffen. Doch, ich glaube, auf Dings ist besser. Ich glaube, auf Eis ist besser. Wenn du direkt hier in die Lücke reinschmeißt, Jugo, meinst du das hier? Nein. Jugo, weil da wird markiert. An die Kommission aufhören. Ey, rollbank mich, Ey, die crouchen mit Ghost. Nicht mal dieses... Ich auch hier. Sind die bei euch, oder soll ich bleiben? Warum crouchen die alle? Hallo? Oh mein Gott. Ich kann sich fassen, der crouch die ganze Zeit. Warte, warte, warte. In der Body gleich? Wir sind beide hier, einer, glaube ich, Ja, sind das smoke? Ja, warte, die smoke ab, bis sie weg ist. Ja, einer oben, einer rechts unten. Minus 55, ja. Aber ihr seid alle hintereinander, dung, 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 wieder umgeflogen. Ja, Junge. Ja, schon hoffentlich. Ja, man kann sich hier pieken, weil die können ja nur darüber kommen. Ich weiß, ich meine, das ist aber eigentlich auch so, hier, Warren. Was? Weil die voll gerne hier im Apprenten, weißt du? Wollt ihr sicher? Dann müsst ihr die Walkouts machen. Dann geht B. Aber du kannst auch hier, Warren. Ja, ja, ich mach. Ja, ist gut, dann spiel ich so. Jawohl, dann spielt aber, ist keiner B, ne? Oder ich gehe rüber? Komma, absolut nicht A. Ja, das war klar. Ja, full. Komma, kitchen, bitte? Full, 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 full. Full, full, full. Full, 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 full. Full, 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 full. Full, 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 full. Warum ist der nicht gestorben, du Bastard? Hast du deine Linkse gemacht? Der hat ihre Spektrums schon draußen dek er echt krass. Bruder, ja. Ich mach' Headshot, bin laut. Rechts noch einer. Rechts, rechts, der letzte von dir rechts. Da ist rüber links, links. Ja. Da ist er. Da ist er. Da ist er nicht. Ja, doch hast du. In Zeit, oder? Ja, ne, ne. In 10. Da hat er eine Sekunde. Bruder, dann scheint das ganze zu ziehen von dir gelten, ne. Egal, gut, die haben, äh, Waffen verloren. Boah, ich kann nicht kaufen. Die haben aber alle Kohle nicht mal gekauft. gekauft. Ja, die haben nicht gekauft, die haben alle Scherre vom Sonne gespielt. Ja. Äh, jetzt werden wir ja kommen. Kann man bitte rüber, links, dass du hier mäßig stehst? Ich will ihnen die richtig frühkontrolle haben. Ich bin irgendwie alleine, weiß ich gerade. Ja, Gekko A. Gekko A? Ja. Ich hab Angst vor denen. Die sind richtig komisch. Nein. Mitte hat keiner. Jett Minus 100. Stark. Mitte, 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 Mitte. Ja, 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 ist er leise. Die Wallschie noch, push nicht. Zwei Mitte, zwei Mitte. Beide Mitte. Warte, ich hab die Däse. Warte, warte. Ach, Shanti. Ah, er ist Low, er ist Low Miss 80. Boah, der ist unter dir. Ja, er hat dich jetzt. Ich will war beim Headshot. Klaas. Ja, Left. Er kann links über dir kommen. Viel Spaß damit. Er ist Low, aber meinetwegen lass ihn planten. Noch 30 Sekunden. Hmhm. 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 Noch 10 Sekunden. Spike platziert. Smoke für dich. Kopp ist verboten. Er hat sich die B. Oh. 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 Links, Gert. Huuu. Ich hab eigentlich noch so viel Zeit, Digga. Wir können nicht kaufen, ne? Aber Mann, ja. Warum werden wir auf Eisboxen immer so rasiert? Na ehrlich, Eisboxen ist spannend. Alter, 0,3. Was sehen wir? Jetzt ist eigentlich die Beirunde, aber wie kann das sein, dass wir nicht kaufen können? Das war so dumm. Wir hatten gerade Beirunde. Ja, ja, aber eigentlich ist es jetzt Beirunde. Echt? Wir haben 200 Piste verloren. Ja. Wir brauchen auch eine Doppelung. Ja. Hurra. Minus 800 Leuten. Minus 50 Jett und Gekko. Da hab ich keinen Headshot da durchgegeben. Das ist auf dem Weg. Nehmen Sie. Ich krieg durch. Das ist oben. Das ist oben. Das ist oben. Okay, das war spaßig. Was haben wir, Res? Sage? Hm, ja. Wo ist er denn? Monster ist weg. Ich hab kaputt gemacht. Head of A ge... Achso. Ich hab Monster kaputt gemacht. Mike liegt da, ne? Ich hab alles gesehen. Mike liegt. Aber warum pusht ihr? Hey, pass auf, ne? Nimm ne Wände. Nimm ne Wände. Ja. Wir werden uns zurück ans Licht kämpfen. Ja. Wir können kaufen, ne? Ich hab ein Spectre für den Ende. Ey, lass mich mal A spielen, Digga. B ist richtig fucked. Ich hasse B. Ich geh wieder B. Ich werd euch ne Wall für A machen. Boah, kannst du hier stehen? Wo? So, so. Dass du mäßig mit der Zip-Line da rauf gehst. Aber die La... Versuch. Die müssen wir schon sagen, gell? Wenn ihr die Walle oben haben wollt. Ja, ja, sowieso. Ja, ah. Chill, chill. Geh zurück. Pass auf. Ich weiß jetzt, wo du bist. Ganz runter. Stark. Ey, hit doch. Oh mein Gott, da. Oh mein Gott. 120, die Bitsche. Oh mein Gott. Ey, die kommt angepusht, Ashanti. Hinter dir. Links von dir. Kannst du dich stressen? Da oben. Wenn du mit der Plane hoch bist. Hinter euch kommt. Ja, ich hack die ganze Zeit, Jungs. Ich bin doch nicht mute. Ich hoffe, links von dir. Pass auf. Er läuft. Hä? Der Red River und Sheriff gibt mir Headshot. Was ist falsch? Hat er zweitfatz gegeben? Boah, das ist ein Held. Ihr könnt wieder nicht holen. Bruder, warum bin ich die ganze Zeit arm? Bruder, hast du gerade geäquot, Yusuf? Ne, ich hab aufgehoben. Ich auch. Ne, ja. Ja. Ey, ich krieg keine A wohl. Ich brauch die auch B. Ja. Deswegen, spielt ruhig drei A. Und spiel du Mitte, Roat. Ich spiel Mitte, ich hab B. Bruder, ich hab mit meiner Kuh noch nicht einen Menschen gehütet, ne? Ja, ich hab ich locker alleine. Locker, locker. Okay, alle da? Bruder, ey. Oh, Mitte durch. Tube, oder? Unten. Ne, unten. Ja, okay, ich seh's. Ja, oben auch. Weg, weg, weg. Oh mein Gott, Bruder. Wie soll ich da wegkommen, Alter? Sind alle da? Oder du kleine... Also auch findest du Krautschmalle, ich höre. Mein Leicht liegt da, ne? Du kannst dich resen da, Jamal. Ja, resen da. Genau. Oben. Ist dein Leicht oben, oben? Warte. Warum geben wir mal wallbang? Schade. Es nervt, ich höre. Oben, weil geht Jamal. Oben, rechts. Rechts, rechts. Nichts, du gut. Rechts. Ja, ja. Einer hat Internetausbruch, Bruder. Einer ist AFK gegangen, Bruder. Online-Studenten-Internet, Junge, in dein Arsch, Alter. Nein, Bruder, hab ich den revived? Ja. Oder locker, er war eigentlich TikTok oder so. Unsafe. Du Hund, was du bist lang. Ey, ich glaube, die laufen alle. Ey. Was ist los mit denen? Internet. Ey, steht 1,5, das wisst ihr, gell? Ich hab doch deinen Ping gesehen, Bruder. Bruder, Bruder, war ne Echo. Bruder, war ne Echo. Hat gekracht. Bruder, das ist die ganze Zeit Echo. Bitte lass mich allein auf A, geht auf B. Bruder, lass mich mal bitte auf A spielen. Lass, ich hab Ult. Lass, ich hab Ult. Ich hasse, ich bin so sehr, Digga. Geht rüber auf B, ich hab Ult. Okay, okay, okay. Geht, geht. Ich schalte dann hier mitte. Ja, komm. Geht rüber, geht rüber. Gecko, der Jet. Geht, geht. Ich mach das. Oh mein Gott. Sind ja A? Hm. Info, please? Ja, A. Okay. Ah, ich hab so verkackt mit der Ult. Geht in oben, ich muss hier in meiner Nähe. Geht in oben. Schlörg. Oh mein Gott, ich hab so verkackt mit meiner Schwanz-Ult. Oh mein Gott. Ist dein Arsch. Ey, ja, stark, stark, stark. Ich kann Ulten jetzt. 120. Ich schwöre, die laufen alle. Er ist 1HP, du musst nicht auf Kopf aimen. Er hat keinen Overheam. Wird niemals da sein, glaub ich. Die ist Backside. Oh mein Gott. Ja, guck auf. Folg's dir einfach. Einmal vorhin. Oh mein Arsch. Was? Ich will mein Mikro kaputt machen. Die sind so komisch. Ich will mein Mikro kaputt machen. Ich will, ich will mein Mikro kaputt machen. Ich will auch alles kaputt machen. Die rennen die ganze, geben mir Warbang-Headshot instant. Ich dachte, das wird eine lustige Challenge, Bruder. Einspiel geworfen. Einspiel von Norden, Bruder, bitte. Bruder, wie kann ich das verlieren? Ja. Ich weiß nicht, was mich auf A, Bruder. Ich hol auf A, Minimum immer 2 weg pro Runde. Ich liebe diesen Teil. Wenn du spielen willst, dann spielen wir. Ja, Chambers A. Kannst du wohl runter machen. Die sind ja nicht. Er ist nicht A. Ich schwöre, wer ist sie. Ich hab den Bastard. Hey, wir kommen rüber. Wer ist Jett? Erinnerst du dich an dem Tag, wo ich dir den Pipschel da hat das Erreißspiel gegeben? Bruder, was ist mit meinem Sound los? Wo hättest du das eskaliert? Warte. Wer ist zu dir, Jett? Die sind A. Die sind A. Bitte kommt mal, bitte. Habt ihr mich gehuntet? Bitte kommt mal. Ist das alles noch mal los? Du bist doch bitte. Oder bitte kommt doch A. Warte doch, hallo. Oh, Bruder, ist hier oben drauf. Ich habe keine Ahnung, wir spielen gegen irgendeinen Platin-Spieler, der eine 1-6-HKD hat. Das ist auf jeden Fall nicht normal. Ah, boah, da bitte. Ja. Der Exxon-Zeit-Upa, ich hab den am Anfang gar nicht gesehen. Ich hab den gar nicht... Ich hab euch ein bisschen nur... Komm, ganz ein bisschen mit diesem Tod schlecht. Ich hab A noch nie gespielt. Bruder, ich hasse B. Ich schwöre, ich hasse B. Dann geh nicht mehr B. Geh nicht mehr B. Weil ich brauch meine Wall of B. Jungs, das sind einfach Leute, die gerade aufgestanden sind und jetzt... Kannst du... Kann einer Mitte halten? Und einer noch hier zum unterstützen. Nein, nein, nein. Ich brauch nicht. Ich halte Mitte, ich halte Mitte, ich halte Mitte. Geh du links. Ja, Bruder. Ich brauch keine Unterstützung. Gut. Immer, 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 wenn ich B bin, ich keine Ahnung. Ey, ey, bitte, bitte. Wir sind auf B. Ja, ja. Ja, alles gut. Einer bitte mitarbeiten. Er ist da links, Bruder. Wie kann er da... Einer war doch kitchen gerade. Nee, Bruder. Ich... Wunder, ich check das. Er ist close. Einfach gegen Mann-Game. Schockt Wahnsinn. Oder er warnt minus 300. Okay. Ey, das ist crazy, wie wir auf Sport zu kriegen. Ich geh jetzt rein, Piken. Ich hab keine Lust mehr, Defense gegen die zu spielen. Ich stehe denn schon 8 Uhr vorbei. Sieben Uhr angefangen, 8 Uhr vorbei. Ja, das Ding ist... Warum habt ihr so Angst, Junge? Halt die mal zurück. Also, der ist 100% ein Smurf, weil ein normaler Mensch in seinem normalen Rank hat keine 1,6er KD. Das ist nicht normal. Trotzdem einpastet, Alter. Ich schwöre, die sind ficken. Was ist los mit euch? Die sind so schlecht. Ich check das aber auch nicht, warum wir jede Runde, jeder Wechsel... Wir rennen um die Ecke, Insta-Croach und gib mir Insta-Headshot. Was ich da machen. Ich muss Crosshair auf Bochnabel machen, damit ich die töten kann. 140 auf Chamber, ey. Er ist los, er ist los, er ist unten. Der ist unten, er ist unten. Der ist dichter, ja. Ja, stark. Hinter uns, hinter mir. Komm bitte, die Runde klatscht jetzt. Der ist bekannt. Der Runde gehört euch. Ja, okay. Warum ist der rechts? Der war grad noch links, oder nicht? Boah, Junge. Ey, das ist crazy, was kann passieren. Ich hab drei Mal mit Wendel gespielt, Bruder. Ich hab kein Geld. Habibis, bitte trust in mir einmal, Habibis. Please, please, please. Bruder, diese Klo... Das war bitte zwei W, einer Mitte, zwei A, Bruder. Warte. Ich schalte jetzt komplett hinten. Aus dem Weg. Steck genau hin. Oder Mitte, du Hurensohn, du Nuttensohn, du Schweinesohn. Schweinesohnes bösen. Wobei, ein läuft! Nein, 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 ich hab wirklich noch nie so gute Spieler gesehen. Gänsehauts. Guck dir das an, Digga. Ja, Bruder, warum ging das bei mir nicht? Warum ging das gerade bei mir nicht? Letzte Runde vor dem Wechsel. Hä? Hey, Gott, Bruder, ey, aber bitte, warum ist denn Velo und Spieler so cringe? Ey, ich kann das nicht, ne? Die sind wirklich peinlich. Guck mal, was er schreibt. Ich verstehe diese Slang, diese Sprache nicht mehr. Er hat gesagt, ich hab einen Account auf jeder Elo. Nein, nein. Stay nice. Ja, Bruder. Gibt es auch irgendeinen Curse? F1 oder so? Kommt weg rein, ey. Scheiße. Ach, Geschwanz in meinem Haus. Ja, ja. 11-1, Chris. 11-1, okay, gibt's? Ja, ja. Oh, dann gib mal Gas jetzt. Guck mal, dieser Bastard, die sind Mitte. Och, Bruder, ich... Alle drei, alle wie Hurensöhne! Die sind viel zu gut, da kann man nix machen, glaube ich. Einer ist oben. 140er Headshot, ich fick seine Mut... Ja, 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 Bruder, bitte. Ey, 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 ey. Man muss überlegen, was für ein Schwanzmann ist, dass man in jeder Elo aus Immo ein Account hat, Bruder, das ist ein anderer Type. Bruder, wir spielen aber selber mit in die Mortal-Spieler, auf selber, ne? Ein, 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 sie hat sie... Ja, mit seiner Mortal-Spiel, ne? Das ist... Das ist trotzdem... Wirst du nicht die Morte? Ihr um 8 Uhr morgens... Ja, doch, bin ich, aber ich spiel trotzdem das Game nicht aktiv. Und ich hab ohne mal Kopfschmerzen. Ich bin wach seit... 14 Uhr oder so. Das war's. Ey, äh, 11-1, Chris. Halb-Challenge vorbei, ja. Bruder, auf Icebox ist einfach... Keine Ahnung, wir werden immer... Bruder, ich lieb Eis. Ja, aber das ist echt... Ich hasse mich, ich hasse mich. Ich hasse mich besser. Das muss man doch noch sagen. Ich will die alten... Waltenab-Alter. Guck mal, ihr Nutten-Söhne, die kommen alle gepusht. Einer links, einer links. Hier, 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 hier. Außer, er ist rübergegangen. Ja, der ist durch. Plant, plant, plant für mich hier. Jetzt werde ich mal, wo ich plante. Durch smoke. Oh, scheiße, ja doch, das passt, glaube ich. Guck hinter mir einer. Ich hab Lineups. Einer muss noch hinterher. Und wo? Oh, bläckte Ecke. Ja, guck. Ja, guck. Ich luft durch smoke ins Headshot. Ich fahr, Leute, gucken. Warum unbedingt dein Kill? Ja, ja, ja. Komm her, du Hurensohn. Komm her, komm her. Komm her, komm her. Komm. Komm, du Nuttensohn, du Schwanz. Ich kann nicht mehr. Was? Wir sind Valorant. Wir sind Kämpfer. Wir sind Valorant. Wir sind Kämpfer. Gänse. Schwanz sind wir. Wir sind Valorant. Wir sind Hunde. Wir gehen Marsch. Wir bekommen nicht. Arthur, bevor ich deine Eltern 16 Bars reindrücke gleich. Ja, Schatty, willst du noch sparen? Boah, der nervt. Bitte. Was? Ist es noch sparen? 16 Bars ist crazy. Das ist crazy, ey. Junge, was ein Nervensägel. Man muss doch mal loslassen und zugeben, dass Eisbox die schlechteste Map ist. Mit Grease. Boah, komm mal, komm mal. Guck mal, wieso treffe ich den? Das ist aber mein Lieblings-Map. Er ist voll blind. Jetzt kriege ich Instant-One-Tip-Pantäne. Bruder, er ist minus 800, wenn das stimmt mit diesen 130. Von oben? Dann rennt's. Oh, hinter uns. Ey, mein Arsch. Bruder, minus... Ey, die macht keinen Schaden. Ihr labert scheiße. Was? Ich habe auf diesen Chamba genau in sein Gesicht, habe ich dieses Ding reingeworfen. Es hat keinen Schaden gemacht. Nein, nein, das macht der Mensch. Hä? Auf jeden Fall, du bist auf 34 AP. Mit. Wenn du Full-Shit hast, 34 AP. Hä? Bruder. Oh mein Gott, was schreibst du in Chat? Wurdest du gebannt? Nö, nö. Also. Niemand kann dich bannt. Das ist Abutanga, Junge, der hat kackt gewonnen. Man kann mich bannt. Das ist doch schon zu viel weh, du jetzt. Ja, ehrlich. Erstmal reporten Abutanga, ja. Ich schwöre. Ich report dich aus Trotz jetzt auch hier. Ja, Abutanga. Heiko war so ein Troll-Pick auch. Was habt ihr gesagt? Mit deinem Lust geht mal nicht schlafen, ha? Oh mein Gott. Ja, du. Deine Worte. Ja, aber ich kann ehrlich nicht mehr. Es ist 8 Uhr. Ja, dann sagt man dann immer. Mein Rhythmus. Man verliert. Ja, Rhythmus. Welchen Rhythmus hast du? Sag mal. Es gibt keinen. Wenn du 8 Uhr schlafen gehst, ist das immer mein Rhythmus. Ja, ich hatte einen normalen Eingang.